Hallo und herzlich willkommen zurück hier im ULISSE Studio 1 Plus 1 bei Anerst. Ja, ich gehe davon aus, die meisten von euch haben ja gerade uns schon auf unserem Weg durch Hahnmaster begleitet. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, lieber Jan, aber ich fand das ja total spannend. Also, ja, also ich fand es auch, viele neue Erkenntnisse zu gewinnen, weil ich tatsächlich das System zwar kenne, aber nie gespielt habe und dann nochmal so intensiven Einblick bekommen. Sehr spannend. Ja, vor allem auch wieder von der zeitlichen Verortung, wie haben sich Dinge da entwickelt, was hat was hier beeinflusst und sowas. Das war schon sehr cool. Also, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, schaut es euch auf jeden Fall nochmal an. Es lohnt sich. Jetzt geht es aber hier direkt los, weil wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Wir haben noch tausende von Gängen zu verlieren. Wir spielen nämlich Tans und Trolls auf Deutsch, Schwerter und Dämonen in unserer Anerstrunde. Und zwar heute das Solo, Solitär, nein, das ist kein Solo, es ist ein Solitär-Abenteuer. Das Solitär-Abenteuer 2, die Taverne zum blauen Frosch. Der Frosch sieht überhaupt nicht blau aus, der sieht grün aus. Die Höhle ist blau. Naja, das ist ja nur das Bild vorne drauf, aber das hier ist ja in Wahrheit der Frosch. Achso, das ist der blaue Frosch. Das ist der blaue Frosch. Das ist doch hier, da siehst du, das ist das Schild, was da hängt. Mhm. Mhm, ja genau. Sieht sehr einladend aus. Ein Schelm, wer da denken mag, dass dieser Titel vielleicht das Wirtshaus zum schwarzen Keiler beeinflusst haben könnte. Die Taverne zum blauen Frosch. Das Wirtshaus zum schwarzen Keiler. Die Gaststätte zum grünen Fuchs. Also von daher, da geht noch was. Ähm, genau. Also wir werden jetzt natürlich gleich erstmal wieder mit dem Jan einen neuen Charakter erschaffen müssen. Einen neuen Schwerter- und Dämonencharakter, nachdem der Herr Underberg ja das letzte Mal aufgrund von aktivem Geiz, weil er diesen, was war das, tausend Goldstücke verfluchten Edelstein nicht irgendwie abgeben wollte. Rubin. Ja. Er ist auch ein Edelstein. Also. Ja. Am Ausgangs-Droll bin ich gescheitert, weil er dadurch doppelte Power hatte. Ja, das war natürlich dann ein bisschen. Aber ich meine, er macht auch einen Ausgangs-Droll, ja? Also. Alles andere habe ich geschafft. Ja. Einschließlich der Büffelherde. Zweimal. Zweimal. Die Büffelherde, die plötzlich irgendwo auf dieser Ebene mitten in dem Dungeon. In deinem Dungeon. Du machst eine Tür auf, stehst auf der Ebene und wirst von der Büffelherde überrannt. Ja, wie war das? Ich gehe zurück, geht nicht. Also, auch da, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Das ist auf jeden Fall großartig lustig oder noch viel witziger. Spielt es selbst. Ich gebe euch nochmal einen Tipp. Das hatten wir nicht beim letzten Mal. Wir haben ja einen Hinweis bekommen. Wenn ihr dann irgendwann vor den Schließfächern steht, was sollen wir nehmen? Die? 20. 20, genau. Ihr müsst beim nächsten Mal unbedingt euch die 20 angucken. Wir haben keine Ahnung, was das bedeutet oder was hinführt, aber das hat uns das Buch gesagt. Die Kristallkugel in Fach Nummer, was war es? 14? Was du nachgeguckt hast, die 17, glaube ich, oder? Die 17? Also, die Kristallkugel in Fach 17 sagt, dass man die 20 holen muss. Genau, beim nächsten Mal musst du dir unbedingt die 20 angucken. Ja, also von daher, ihr habt einen fiesen Vorteil. Ihr müsst unbedingt dann mal die Büffelbock spielen. Seid nur vorsichtig, verlauft euch nicht in dem hinteren Labyrinth. Und wie wir festgestellt haben, sind die tausend Gänge wirklich nur in diesem Labyrinth. Ost. Nicht nach Osten gehen. Geh nicht nach Osten. Nicht im Labyrinth. Als du durch die Räume gegangen bist, war das irgendwie auch alles ganz anders. Sobald ich dann wieder in Nord-Süd-Richtung bzw. in West-Richtung unterwegs war, kein Problem. Aber Osten ist ganz schlecht. Ein Labyrinth. Das hatte so fiese Bartstail-Anleihen, finde ich. Aber okay, andere Geschichten. Jetzt sind wir bei Schwerter und Dämonen. Gut. Und da schaffen wir uns den nächsten Charakter für den Janschmied. Dein dritter Schwerter- und Dämonen-Charakter. Ja. Alter. Da geht was. Ich bin sehr gespannt. Fühlst du dich bereit? Oder mein erstes Jahr immer noch lebt. Also ich meine, der hängt zwar in irgendeiner Tanne in einem Wald, wo ein irgendwie 15 Meter großer Bär rumläuft. Ja genau, dieser Monsterbär. Aber ich bin noch am Leben. Ja, dein Wicht. Gut, also wir beginnen mit Stärke. Wir beginnen mit Stärke. Für die von euch, die es nicht wissen, wir würfeln jetzt 3W6 und die werden zusammengezählt, ganz klassisch. Und das ergibt die jeweiligen Eigenschaftswerte. Deine Primär-Astribute. 2W6, oder? Was? 2W6? 3W6. 3W6? Ja, 3W6. Echt? Ja. Krass. Kein Scheiß. 11. 11, eine 11er Stärke. Mensch. Das ist ja sowas von beeindruckend durchschnittlich. Ja. Dein IQ. Äh, ultimative 8. Ja, du bist ja von der ganz hellen Sorte. Ja. Respekt. Dein Glück. Da gibt was. Mein Glück ist eine 17. Jo, babe, da geht was. Ja, du bist halt, naja, du weißt ja, glücklich sind die und so weiter. Was? Nix, nix, nix. Konstitution. Lass uns doch mal mit Konstitution weitermachen. Was? 14. Boah, Himmel hilft, der Charakter ist jetzt schon zu gut. Geschicklichkeit. Auch 14. Jetzt wird's unverschämt. Ein karres Mann. Jetzt kommt's. Pass auf. Jetzt kommt's. Äh, 8. Oh Gott, im Himmel. Ach. Ja. Ist aber alles völlig egal, außer ich bin ein Mensch. Das stimmt, genau. Womit wir an der nächsten, ähm, an der nächsten Frage sind, wo ihr als Chat natürlich direkt mitmachen müsst, nämlich, welches Volk wird der Jan denn heute darstellen? Wir haben uns das letzte Mal entschieden zwischen Fee und Hobbit. Du bist Hobbit geworden, der Hobbit hat versagt. Was heißt hier versagt? Naja. Nur am Ausgangstroll gescheitert. Ich höre immer nur, nur am Ausgangstroll. Hast du's überlebt oder hast du's nicht überlebt? Nein. Also, wunderbar, was ist der Punkt? Wir haben zur Auswahl Menschen, Zwerge, Elfen, Feen, Hobbits oder Wichtel. Also, von daher, lieber Chat, liebe Inge, möchtest du mit dem Chat mal eine Abstimmung beginnen? Ja, ich glaube, die erübrigt sich fast. Also, ich habe jetzt acht Fee, zwei Zwerg, ein Wichtel. Oh, nee. Drei Zwerg, zwei Wichtel. Vier Zwerg, fünf Zwerg, neun Feen, zehn Feen, sechs Zwerg, elf Feen, zwölf Feen. Wir müssen, glaube ich, eine Zeit vorgehen. Okay, ich mache die Zeit vor. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ja, sorry, liebe Zwergenfreunde, das wird nix. Eins. Null. Leute, was ist denn hier los? Ja. Okay, pass auf, also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn Feen. Da sind bestimmt ein paar Doppelposts dabei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Zwerge. Inklusive Doppelpost. Ja, ist, glaube ich, Fee. Fee ist halt schlecht, sagt der Chat. Ach, macht euch keine Gedanken. Wir haben ja noch, ich habe hier noch zwei Solitär-Abteuerte. Wir können bestimmt auch noch mal einen. Ich bin verheizt. Wir können noch mal einen mit einem Zwerg spielen. Spielen wir doch heute mal eine Fee. Hatten wir auch noch nicht. Gut, genau. Cool. Also, deine Stärke wird geviertelt. Da habe ich noch vier. Du bist ja auch wirklich so groß. Also, du bist, das ist wirklich Tinkerbell. Ja. Das ist schon echt klein. Ja. Krass. Also, du hast eher so 20 Zentimeter. Hm? Ne? Ja doch, kommt hin. Deine Konsti wird auch geviertelt. Ja. Vier. Also, wenn ich dir eine Empfehlung aussprechen darf, lass dich nicht hauen. Echt? Ja, kein Scheiß. Ich würde das echt vermeiden, wenn ich du wäre. Okay. Ich kann ja fliegen. Hoff ich. Was? Kann ich fliegen? Ja, du kannst fliegen. Ja, du kannst wirklich fliegen. Du hast Flügel, du kannst fliegen. Großartig. Feen können bekanntlich fliegen. Also beladen sie ihre Feen nicht mit gewaltigen Lasten. Eine Fee, die mehr tragen muss, als ihre halbe Tragkraft erlaubt, kann sich nicht mehr vom Boden erheben. Und eine marschierende Fee, das können wir Ihnen versichern, ist ein lächerlicher Anblick. Wenn du deine Geldbörse dann auf den Rücken geschnallt hast. Hier ist schon klar, dass bei geviertelter Stärke meine Tragkraft nicht so hoch ist. Und wenn ich davon die Hälfte tragen kann, dürfte das schon beim zweiten Goldstück scheitern wahrscheinlich. Deine Tragkraft ist echt miser... Nee, das stimmt nicht. Die ist beschissen. Punkt. Da gibt es einfach nichts. Noch einen anderen Punkt, der es nicht besser macht. Ich glaube, ein Viertel von elf ist sogar drei. Ja, es gibt ja hier keine gescheite Regel, was das Runden angeht. Von daher machen wir hier tatsächlich... Ja, aber es ist sogar 2,75. Ja, ja, genau. Es ist auf jeden Fall drei. Ach, hier! Bescheißen! Danke, Chad! Hier, nicht, dass der Schlingel da hinten bescheißt. Du hast natürlich völlig recht. Also, es wird ganz regulär gerundet, aber das ist natürlich völlig richtig. Das gibt keine vier. Ja. Was hast du denn... Oh, oh, oh. Dafür nehme ich mir hier einen Bonuswürfel, den ich irgendwann benutzen werde. Einfach fürs Double-Lullen. Genau. Ja. Wie funktioniert nochmal das Hexadezimalsystem, Jan? Es war tatsächlich keine Ahnung, war es dafür, dass ich nicht gut gerechnet habe. Das ist eine Strafe für Falschrechnen ist in Ordnung. Ja, ich finde auch. Also jetzt an der Stelle nochmal die... Gibt es auch irgendwas Positives für Feen, außer dass ich fliegen kann? Ich habe noch eine Bonusfrage. Wie genau funktioniert das Hexadezimalsystem nochmal? Naja. Die 10 ist das A, die 11 ist das B. Alles klar. Okay, ich sehe schon. Ja. Ja. Anderes Thema. Kommen wir am Freitag wieder zu. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber heute jetzt erstmal Feen durch den blauen Frosch jagen. Wir waren bei den positiven, äh... Genau, du kriegst auch Positives. Du kriegst auch positive Eigenschaften. Ja. Also du bist nicht nur Scheiß. Ich hoffe das. Ich warte noch. Tatsächlich jetzt, und jetzt wird es hart, dein Glück wird veranderthalbfach. Okay. Das heißt, das ist neun mehr, dann bin ich bei 26. Oh. Ich sollte viele Glücksproben machen. Yo, Baby. Und deine Geschicklichkeit wird ebenfalls veranderthalbfach. Mhm. Dann bin ich bei 21. Das ist natürlich grob. Dein Charisma wird verdoppelt. Dann bin ich bei 16. Ey, 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 ey. Du warst vorher halt... Jaja, ich bin eine der hässlichsten Feen, die so rumfliegen. Ja, du bist schon... Du bist keine hübsche Fee, aber Menschen finde ich immer noch süß. Oh, komm an der Fee. Ist die... Naja, die paar Warzen auf der Nase sieht man ja kaum bei der Größe. Eine männliche Fee mit Bart, die ja eine sehr tiefe Stimme hat. Ja, ich bin eine Fee. Und... Ich bin eine Fee. Ja. Ich mag das auch hier sehr. Ja. Großartig. Dein IQ bleibt unverändert schlecht übrigens. Sehr schön. Also... Muss ich mich gar nicht umgewöhnen. Du bist tatsächlich nicht mit übermäßiger Intelligenz gestraft. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du dich als erstes in den blauen Frosch begibst, würde ich sagen. Ich finde, das ist von der Logik hier auf jeden Fall schon alles erklärlich. Auf jeden Fall. Ähm... Ich muss noch einen Beruf wählen oder ist Fee mein Beruf? Nee, 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 nee. Du musst entweder Zauberer, Krieger oder Schelm werden. Zauberer würde ich einfach tatsächlich mal komplett lassen, was das angeht. Weil ich nicht so intelligent bin. Ja. Ja. Und Krieger würde ich lassen, weil ich bin nicht so stark. Ja. Also, ich meine, da bleibt eigentlich ja für dich nur der... Der Schelm. Der Schelm. Ich finde, eine Fee als Schelm hat auch was, oder? Ja, ist auf jeden Fall passend. Ja. Also, du bist schon eine verdammt dolle Fee. Eine schelmische Fee, könnte man sagen. Schön. Okay, also du bist ein Schelm. Finde ich gut. Finde ich gut. Mhm. Jetzt müssen wir dich noch ausrüsten, äh, geldtechnisch. Drei W6, mein Freund. Ach so, mein Geld. Mal zehn. Genau, Geld. Oh, Geld. Ähm, zwölf mal zehn, 120. 120. Goldstücke hat der Herr. Um seine Fee auszurüsten. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal kurz gucken wegen der Tragkraft, ne? Die wird ja bei dir gerade echt ein Problem. Ja. Ich glaube, 120 goldischen Münzen kann ich gar nicht rumtragen. Die sollten wir schnell ausgeben. Also, ist direkt von der Stärke abhängig. Ein Abenteuer kann hundertmal so viele Gewichtseinheiten tragen, wie sein Stärkewert angibt. Ja, ich kann nur die Hälfte, also ich kann 150 tragen. 150 Gewichtseinheiten. Ja. Ja. Also, lass uns doch mal wirklich drauf einigen, dass du dich einfach nicht treffen lässt. Genau, weil Rüstung kann ich wahrscheinlich nicht tragen, weil die zu schwer ist. Tatsächlich wird die auch nicht modifiziert. Ich würde das aber an der Stelle tatsächlich auch mal so sehen, dass das für Feen halt... Ich würde gerade sagen, eine Lederrüstung für eine Fee ist ein bisschen weniger Leder als für Menschen. Ganz klar ein bisschen, aber wahrscheinlich auch weniger Schutz. Also von daher musst du dann schon die entsprechende Masse mitnehmen. Aber so ein wattierter Waffenrock wiegt allein halt 100. Dann kannst du halt danach sämtliche Waffen einfach zu Hause lassen. Die Waffen werden doch wahrscheinlich aber mit der Größe modifiziert. Hattest du nicht sowas mal erzählt? Nee, woher soll ich denn sowas... Nein. Nein? Okay. Nein, nein. Du musst nur die Waffe führen können vom Gewicht her. Und von der Stärke. Gibt es Waffen, die man mit Stärke 3 führen kann? Ja. Ja, ich habe deine perfekte Waffe, glaube ich, schon gefunden. Ja. Ich würde eine Dagasse führen. Da braucht man nur eine Stärke von 2. Okay. Und die wiegt auch nur 22. Also, Dagasse. Ja. Die macht 2W plus 4. Und kostet? Die Dagasse kostet 18. Gibt es noch irgendeine kleine Waffe für die andere Hand? Die ich mit Stärke... Vielleicht noch ein Messer? Das heißt, ein Messer. Ja, komm, ein Messer. Das geht. Das macht 2W minus 2. Also, insgesamt hast du dann 4W plus 2. Genau. Und die kostet nochmal 5. Hm. Also, 4W plus 2. Ich sehe gerade diese Mörderfee. Diese 2W. Komm doch! Das sind ja für dich eher 2 Langwaffen, ne? Ja. Der Chat fragt, ob es nicht auch Waffen aufgeschickt gibt. Die eher übergeschickt... Ja, aber die haben alle trotz alldem eine gewisse Menge an erforderlicher Stärke. Und da hier Stärke der limitierende Faktor ist... Das ist richtig, ja. Das wird das echt schwierig. Weil interessanterweise braucht sie selbst für Fernkampfwaffen, braucht sie Stärke. Also, du könntest zum Beispiel Shuriken mitnehmen. Das würde gut gehen. Die brauchst du nur Stärke 2 für. Ja. Aber ich habe das letzte Mal gelernt, dass es an keiner Stelle in dem Abenteuer eine Möglichkeit gab, irgendwas zu werfen. Das stimmt. Das stimmt. Das gab es einfach gar nicht. Wahrscheinlich ist das in dem Abenteuer auch so. Insofern spare ich mir so Sachen. Weil die muss ich nämlich tragen. Das stimmt. Wir können dir aber natürlich jetzt trotz alldem noch einen wattierten Waffenrock irgendwie ankleistern, ne? Also, 100 kannst du noch tragen, oder? Die musst du ja noch reingehen. Wie schwer ist das Messer? Das Messer wiegt 10. Ja, dann würde das noch gehen. Dann bist du insgesamt bei 130. 132, um genau zu sein, ja. 132. Ah, die da gasten sind 22. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, genau. Und dann bietet dir der wattierte Waffenrock tatsächlich den unfassbaren Schutz von drei Trefferpunkten. Kann ich irgendwas anderes Sinnvolles mit Geld anfangen? Nein. Welchen Vorteil hat es eigentlich schämt zu sein, außer dass mir Zauberer Zauber beibringen können und ich gerade keinen Zauberer habe, der mir einen Zauber beibringen kann? Ähm, du bist sehr viel cooler als Krieger. Ah, ja. Toll. Ja, ein Style over Substance. Kennst du das? Ja, auf jeden Fall. Ich habe so ein Kekkenhut auf. Das ist so ein Kekkenhut. Hallo? Mit so einer Feder. Die Feder ist größer als die ganze Fee. Aber das ist... Ich kann ja so eine Daunenfeder von irgendeinem Spatz haben. Das ist genau so eine Daunenfeder. Sehr schön. Oh, cool. Schönes Bild. Schönes Bild. Ja. Ähm, ja. Also von daher, dann lass uns mal den vantierten Waffenrock einfach nehmen und wir gucken mal, was passiert. Ähm, viel wichtiger noch, wir müssen deinen Kampfzuschlag noch ausrechnen und der dürfte witzigerweise, auch wenn du eigentlich klein und sowas bist, gar nicht so schlecht sein, weil du so unglaubliche Boni bekommst durch deinen Glück, deine Geschicklichkeit. Ja, also erstmal die Stärke, die ist 3, das heißt, da ziehe ich mir minus 5 ab. Genau. So, und dann alles über 13 gibt einen Punkt, ne? Ab 13. Ab 13. Also 13 gibt auch schon einen. Okay, dann kriege ich also 14 von meinem Glück. Dann bist du da schon bei 9, ja. Und 7, 8 von meiner Geschicklichkeit. Also bist du bei 16. Also hab ich einen Kampfbonus von plus 16. Was? Unverschämt mächtig ist. Du bist die absolute Killer-Fee, ja. Weil du triffst auf. Ich würfel also 4W plus 18, ja? Alter. Was ein Killer von der Fee. Aber wehe, du wirst einmal getroffen, ey, dann ist der Lack ab. Du hattest ja schon erwähnt, nicht treffen lassen. Ja, genau. Also nicht treffen lassen ist definitiv ein Punkt. Ich will mal nicht so sein. Ich biete dir an, dass wir den Kampfzuschlag um 1 senken, weil genau genommen darfst du nur mit maximal einem Kampfzuschlag von 15 hier reingehen. Dafür erlaube ich dir aber tatsächlich... Weil ich so hart bin dann. Genau. Okay. Du bist Stufe 2 dafür. Genau. Du hast nämlich zwischendrin einfach mal einen Punkt Glück verloren. Einfach, weil du Pech hattest. So, Batsch. Okay. I rule that. Na gut. Und gleichzeitig bist du aber, wie gesagt, Stufe 2, was so viel heißt, wie dass du deine Konstitution erhöhen kannst. Ja! Was ich für keine schlechte Idee halte, damit die Fee nicht sofort im Arsch ist, wenn sie irgendwie... Ich meine, hallo, selbst wenn du die Fetsterscheibe triffst, bist du platt, wortwörtlich. Ja, so ist das bei Feen. Das ist bestimmt nicht unrealistisch. Trotzdem ist es... Ja, bitte. Also, das heißt, deine Konsti steigt um 2. Yeah! Damit hast du... Ich habe eine Konsti von 6. Oh! Killerfee. Also, in meinem Feenbienenstock bin ich bekannt für meine Ausdauer. Glück 25, ist das richtig? Was? Ja. Okay, ich wollte nur den... Ich habe auf unserem tollen, interaktiven Profil hier den Wert anpassen. Uiuiui. Immer noch riesig hoch, gigantisch, muss man sagen. Ich denke mal, wir können dem Chat jetzt mal einfach auch die Frage überlassen, wie die gute Fee heißen soll. Da muss ja auch noch ein bisschen was gehen. Nicht, dass du das Gefühl hast, du hast am Ende Mitspracherecht, Jan. Das wäre ja nicht richtig. Ja, okay. Also, da wollen wir erst... Da geht mein Name halt wieder aus. Wollen wir keinen falschen Eindruck entstehen lassen. Von daher, lieber Chat, schreib was rein. Die Inge wird uns das dann gleich reinwerfen. Sagen wir mal ab hier in drei Minuten. So lange lese ich dann schon mal die Spielregeln und die Einleitung vor. Fühlst du dich bereit, lieber Jan? Ich bin bereit. Du bist bereit. Genau. Voraussetzung zum Spiel mit diesem Abenteuer ist der Besitz der Schwerter- und Dämonenregeln. Hast du die? Check. Außerdem benötigen sie einen Bleistift, Papier und einige normale Würfel. Hast du normale Würfel? Sehr gut, alles da. Sehr gut. In der Taverne zum Blauen Frosch darf jeweils ein einzelner humanoider Abenteurer mit nicht mehr als 15 Kampfzuschlägen sein Glück versuchen. 15 haben wir. Check. Der Einsatz von Zauberei ist innerhalb dieses Abenteuers nicht erlaubt. Es ist aber auch Schelm- und Kriegszauberern der Eintritt gestattet, solange sie sich an diese Beschränkung halten. Du kannst eh nicht zaubern, keiner hat dich lieb. Genau. Die weiteren Spielregeln sind sehr simpel. Lesen Sie einfach die Beschreibung der Situation, in der sich Ihr Abenteurer gerade befindet und reagieren Sie entsprechend, indem Sie eine der angegebenen Möglichkeiten wählen. Lesen Sie bitte keinen Abschnitt, bevor Sie dazu aufgefordert werden. Sie bringen sich nur selbst um Ihr Vergnügen. Gelegentlich werden Sie auf die Aufforderung, achten Sie auf wandelnde Monster stoßen. An dieser Stelle sollten Sie einen Würfel werfen. Bei einem Ergebnis von 1 treffen Sie einen Monster. Nicht wie beim letzten Mal, da war es die 6. Sehr gut. Alter, du kannst dich richtig erinnern an das Ganze. Ja, es gab einige traumatische Erlebnisse. Das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, oder? Ja. Vor allem die Büffelerde. Die Erde war großartig. Also bei einer 1 treffen Sie einen Monster. Sehen Sie auf Seite 23 nach, womit Sie zusammengetroffen sind und befolgen Sie die dortigen Anweisungen. Beginnen Sie nun Ihr Abenteuer mit der folgenden Einleitung. Lieber Chad, wie heißt denn die Fee, für die ich gleich diese wundervolle Einleitung vorlesen darf? Ja, also die Vorschläge, es gab natürlich sehr viele Vorschläge. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist somit der Favorit Yannabell. Wobei ich persönlich tatsächlich ja Tankerbell eigentlich am geilsten finde. Ja, aber ich bin ja nicht so hart gepanzert. Das ist richtig, ja das stimmt, das passt nicht so ganz. Bobbel finde ich auch klasse. Aber ja, also wenn man jetzt, sag ich mal, nach den meisten Nennungen geht, dann ist tatsächlich Yannabell, bzw. Yannabell, Yannibel, Yankerbell, was auch immer aus diesem Pool. Also, dann nehmen wir doch direkt hier Yannabell. Ich finde, das hat was, oder? Ja. Yannabell, das geht ab. Yannabell, Yannabell geht ab. Yannabell. Alles klar, sehr schön. Okay. So kannst du auch deinen Hund rufen, ne? Yannabell, kommst du her? Sehr schön, Einleitung. Der Tag geht zu Ende, als sie am Rande eines düsteren Waldes auf eine kleine Taverne stoßen, über deren Tür ein Holzschild mit dem Bild eines großen blauen Froschs hängt. Das sieht genau so aus. Yeah. Yeah. Das sieht gemütlich aus. Das sieht gut aus, oder? Bei so einem Frosch würde ich auch unglaublich gerne in die Taverne gehen. Sie treten ein, bahnen sich ihren Weg durch den schummrig beleuchteten Schankraum und suchen sich einen Platz mit dem Rücken zur Wand. Nein. So, du setzt dich auf einen Balken, ne? Mit dem Rücken zur Wand. Mit dem Rücken zur Wand, das ist extrem schwierig. Das sind meine Flügel. Ich brauche hinten Platz. Such mir einen irgendwie Querbalken, auf den ich mich setzen kann. Sehr gut. Nachdem sie sich an die schlechte Beleuchtung gewöhnt haben, beginnen sie die übrigen Gäste zu mustern. Auf der anderen Seite des Raumes, neben der Bar, steht ein schwarzbärtiger Zwerg mit einer Klappe über dem rechten Auge. Er unterhält sich gerade mit einem kleinen blauäugigen Felsenfex. Am Tisch gleich neben der Tür sitzt ein fröhliches Grüppchen Hobbits. Zwei finster aussehende Menschen hocken in der Nähe des Feuers und würfeln. An der Theke lädt ein großer, unangenehm wirkender Troll. Der Barmann scheint ein Mensch zu sein, aber auch ziemlich hart im Nehmen, wovon eine ganze Reihe von Narben an seinem Körper Zeugnis ablegen. Und als er zu ihrem Tisch kommt, um ihre Bestellung entgegenzunehmen, können sie ihn sich besser ansehen. Sie fragen ihn, was es in dieser Gegend Neues gibt. Und er verrät ihnen, dass der neue Besitzer der Taverne noch einen Söldner sucht. Ich glaube nicht, dass der mit dir redet. Das klingt interessant. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Das klingt interessant. Sehr gut. Er erzählt ihnen auch, dass der hiesige Orden der rotberobten Priester, der Orden der rotberobten Priester, sehr schön, in letzter Zeit die ganze Gegend unsicher macht und Fremde ausfragt. Man erzählt sich, ihre Schatzkammer sei ausgeraubt worden. Die verdammten Priester haben Unruhe gestiftet und mit ihrem Benehmen der Taverne das Geschäft verdorben. Der Barmann bemerkt, ihre Versuche, nicht zu dem Troll hinüber zu starren und beginnt zu lachen. Er lehnt sich zu ihnen hinauf und flüstert. Das ist unser Rausschmeißer. Die anderen Trolls haben ihn ausgestoßen, wegen seines Namens. Er heißt Schmetterling tanzt im Morgentau. Ja, ich kann da natürlich überhaupt nicht drüber lachen. Ich habe Schmetterlingsflügel. Ein anderer Kunde hat diesen Rat einmal vergessen und er, der Barmann deutet auf den Troll, hat ihm den Arm ausgerissen. Welchen Rat? Ach so, aber erwähnen Sie diesen Namen nie in seiner Gegenwart. Nennen Sie ihn nicht einmal Schmetterling. Wie käme ich dazu, einen Troll Schmetterling zu nennen? Ja, wer weiß. Sie sind, naja. Als der Barmann ihnen ihre Bestellung bringt, bricht zwischen dem Zwerg und dem Felsenfex ein Streit aus. Der Felsenfex schlägt dem Zwerg einen Bierkrug über den Schädel, woraufhin der Troll sich aufrichtet, den Felsenfex mit einer Hand packt und lässig über die Schulter wirft. Der Felsenfex fliegt quer durch den Raum, schlittert über den Boden und prallt mit dem Kopf gegen die Mauer. Wenn Sie versuchen, beim Eigentümer der Taverne Eindruck zu schinden und den Kampf beenden, indem Sie den Felsenfex mit Ihrem Bierkrug eins übergeben, lesen Sie Abschnitt 17d. Das ist dann mehr, dann fliegst du über den und lässt dein Bierkrug fallen. Das ist jetzt eigentlich nicht so meine Art, würde ich sagen. Wenn Sie Ihr Schwert ziehen und den Troll aufhalten, schließlich wurde der Felsenfex von hinten angegriffen und überhaupt ist er kein Gegner für einen Troll, dann lesen Sie 6d. Wenn Sie ruhig an Ihrem Tisch sitzen bleiben und Ihr Bier trinken, lesen Sie 4a. 4a, aber was ist ein Felsenfex? Naja, halt ein Felsenfex. Okay, die Information ist mir nicht zugänglich. Also ich würde jetzt wahrscheinlich sowas wie ein Krottenschrat darunter vermuten. Also so diese, was irgendwie, was sowas, sowas Kräumiges. Mhm. Okay. Also du weißt es auch nicht genauer. Nee. Felsenfex habe ich noch nie gehört, aber es klingt cool. Ja, gut. Hätte ja sein können, dass irgendwie ein Bild oder eine Beschreibung oder... Nein. ...geht davon aus, jeder weiß, wie ein Felsenfex aussieht. Auch gut. Also ich habe eine genaue Vorstellung von einem Felsenfex. Also die sind so, die sind etwa so groß, haben so hellblonde, helldunklar. Ja, alles klar. Wiegen meistens so zwischen 100 und 150 Kilo. Äh, zwischen 10 und 150 Kilo. Genau. Also du bleibst da bei deinem Bier sitzen. Ich bleib bei meinem Bier sitzen, ja. Der Barmann kommt zu ihnen an den Tisch und schüttelt langsam den Kopf. Das ist Quarz, sagt er, wobei er auf den Felsenfex deutet. Er ist der Geschäftsführer hier. Sie helfen dem Geschäftsführer auf die Füße und erzählen ihm, dass sie Arbeit suchen. Verständlicherweise ist Quarz nicht übermäßig beeindruckt von ihnen und Schmetterling tanzt im Morgentau, schlurft mit sorgenvoller Miene auf ihren Tisch zu. Quarz winkt ihn fort und teilt ihm mit, er habe genau richtig gehandelt. Er, Quarz, hätte den Zwerg sonst möglicherweise noch erschlagen. Mhm. Mhm. Quarz befiehlt ihn, sitzen zu bleiben und eilt zurück an die Seite des Zwergs. Er hilft ihm auf und klopft ihm einige Bierkrugscherben vom Kopf. Nach einer kurzen Unterhaltung im Flüsterton überreicht Quarz dem Zwerg einen ledernen Geldbeutel. Der Zwerg versteckt den Beutel unter seiner Kleidung, gibt Quarz ein Blashorn und wankt ins Freie, wobei er leise irgendetwas über verrückte Felsenfexe vor sich hin brummelt. Quarz schnappt sich einen neuen Bierkrug und kehrt zu ihnen zurück. Er setzt sich hin und trinkt sein Bier. Da wird plötzlich die Tavernentür aufgestoßen und zwei rotberobte Priester kommen herein. Eine tödliche Stille senkt sich über den Raum. Die Priester blicken sich um und einer von ihnen deutet mit seinem Runenstab in ihre Richtung und sagt, da ist die kleine Kröte in Begleitung eines Fremden. Schmetterling tanzt im Morgentau, schleudert einen Barhocker. Einer der Priester wird am Hinterkopf getroffen. Er fällt gegen seinen Kollegen und beide stürzen zum Boden. Der erste Priester liegt mit gebrochenem Genick da, aber der andere steht wieder auf und nähert sich ihrem Tisch. Quarz winkt den Troll und den Barmann zurück, wendet sich ihnen zu und gibt ihnen eiskalt die Anweisung. Töte ihn! Flop, 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 flop! Haben wir irgendeinen Deal abgeschlossen, von dem ich nichts weiß? Tja, werden wir gleich feststellen. Der Priester ist mit einem pulsierenden Todesrunenstab bewaffnet. Mit einem pulsierenden Todesrunenstab. Der im Kampf 4W plus 22 Zuschläge zählt. Oh. Er trägt keine Rüstung und besitzt eine Konstitution von 10. Der Sturz hat ihn verletzt. Der Kampf geht bis zum Tod. Warum soll ich den jetzt angreifen? Ja, du wolltest doch einen Job. Also übrigens gibt es die Option nicht angreifen, nicht. Also der greift auch dich an. Also vielleicht, wenn dir das hilft. Wenn der mich angreift, alles klar. Du setzt dich nur zur Wehr. Ich wehre mich nur. Sehr schön finde ich auch den nächsten Satz. Den sollten wir uns schon mal im Vorhinein, denke ich, durchlesen. Sollten Sie sterben, ist Ihnen unser Beileid gewiss. Schließen Sie bitte das Heft. Großartig. Ich liebe es. Sehr schön. Also ich habe 4W plus 22 und du hast? 4W plus jetzt 17. Ui. Das könnte interessant werden. Ja. Das wird kein Langsamt teuer. Ja, aber dann schließen wir das Heft. Das könnte aber klappen. Äh, 32. 32. Ich komme auf 36. Damit bin ich 4 drüber. 3 bleiben in deiner Rüstung hin. Du verlierst einen Punkt Konsti. Jawohl. Ui, ui, ui. Ja, so ist das. Du kannst auch jederzeit den Berserkerrausch verfallen und daran sterben. Also nur damit wir es gesagt haben. Ich dachte, das können nur Kriege. Hm, nein. Das kann jeder? Ja, aber ich glaube, es ist für dich keine gute Idee, weil du verlierst jede Runde 2 Stärke. Ja, und unter 6 bin ich tot. Ich weiß. Ja, genau. Das hat auch Schatz. Also ich kann mir aber diese Fee so schön vorstellen, wenn die in Berserkerrausch gerät. Warte, ein ganz hohes Summen. Äh, 19 plus 17 ist 36. 32 habe ich. Ähm. Dann kriegst du 4 Schaden. 4 Schaden. Ja. Damit hat er nur noch 6 Konsti. Ja. Aber sein Monster-Wert geht nicht runter, weil es kein Monster ist, oder wie? Ja, die haben hier in dem Heft tatsächlich die Regeln diesbezüglich angepasst. Ähm, dass die einfach einen fixen Wert haben und die halten einfach eine gewisse Menge Punkte aus. Okay. Hm. Jetzt geht's. Äh. 15, 18, plus 17, 35. 37. 37. Das bleibt in deiner Rüstung hängen. Da hast du nochmal Glück gehabt. Ja, manchmal muss man auch Glück haben. Glück habe ich recht. Er fragt, ob es nicht einen Bonus für kleine Gestalt oder sowas gibt. Ach, Quatsch. Für kleine Gestalt? Wie ist denn sein Glück eingerechnet? Ja, oder windiger Gegner, sagt Allirion. Ich bin extrem schwierig zu treffen, weil ich ein kleines Wesen bin, was um ihn herum fliegt. Ja, also das ist jetzt so die Stelle, da muss der Chat jetzt, glaube ich, die Inge überreden, ähm, solche Effekte dann tatsächlich über, äh, Punkte freischalten zu lassen. Weil ich kann die ja nicht einfach so bestimmen. Also, ich meine, ihr kennt das. Ich halte mich immer an die Regeln. Und ich bin da sehr penibel und unfassbar genau, ja. Wenn ich aber vom Chat gezwungen und genötigt werde, könnte ich mich auf ein bisschen Spielleiter-Weg kreien lassen. Just saying. Okay, also ich mach dann einfach kurz Crowdfunding für Anwenden der korrekten Regeln. Ein Crowdfunding? Also mit Kanalpunkten. Kanalpunkten natürlich. Keine Sorge. Inge ist kurz weg, die macht ein Crowdfunding jetzt fertig für die Anwendung der korrekten Regeln. What? Sehr schön. Äh, ich bin bei 34. Was? 34. 34. Achso, ich muss würfeln, ne? Ja. Also, du musst nicht. Du kannst doch einfach deine Ungeschicklichkeit eingestehen und aufgeben. 33 hab ich. Das heißt, du hast einen Punkt gemacht. Ja! Ja! Gut, dass er keine Rüstung trägt. Ja, was ein Glück, ne? Komm, du kannst das. Ja. Äh, nein. Ui, ui, ui. 15, 32. 32? Ich hab 36. Äh, damit verlierst du wieder einen Punkt. Mie, 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 mie. Sechs, elf und sechs, siebzehn und siebzehn, vierunddreißig. Dreiunddreißig, okay. Auf vier, du kriegst ihn. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn du die ganze Zeit um ihn rumfliegst und piekst, piekst, piekst. Und der immer mit seinem pulsierenden, was? Pulsierenden Todesruhenstab. Genau, der pulsierende Todesruhenstab. Wie genau muss man sich eigentlich einen pulsierenden Todesruhenstab vorstellen? Ich habe ganz seltsame Bilder im Kopf. Hat schon so ein bisschen was von Star Wars. Ich stelle mir das mehr so wie so ein Polizeilicht vor. Wobei bei dir braucht er eher so diese elektrische Fliegenklatschen. Genau das wird so eine elektrische Fliegenklatsche. 34, schon wieder. Ich habe nur 37, damit kommst du genau noch mit Null Schaden weg. Okay. 10, 13, 17, 30. 30, ich habe 32. Okay, da... Ich lasse meine Rüstung hin. Okay. 15, 32. 37. Damit nimmst du wieder einen Punkt schon an. Nein, zwei sogar. Zwei. Uiuiui. Ich würde nur sagen, habe ich nicht viel Chancen. Es ist ja auch ein pulsierender Todesruhenstab. Ja, wenn so ein pulsierender Todesruhenstab irgendwo einschlägt. Okay, die Runde kannst du es schaffen. Ich habe 32. Ja, ich habe 11, 17, 28. Damit bin ich raus. Einen Punkt hast du. Einen Punkt verlierst du. Ja, dann habe ich noch einen. Ja. 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 32. Ich habe auch 32. Also nix. Oh, jetzt habe ich gut gewürfelt. Äh, 15, 21, 38. Ich habe 34. Das ist genau null. Yes! Okay, Respekt. Also, ähm, ja, du schaffst es, abstürzend tatsächlich den rot berobten Priester mit pulsierenden Todesruhenstab niederzumachen. Sag das jetzt dreimal schnell hintereinander. Genau, sag das jetzt dreimal schnell hintereinander. Ähm, sollten Sie gewinnen, schreiben Sie sich 50 Erfahrungspunkte gut. Ei, 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 ei. Die war dabei ist steuerfertigend. Lesen Sie Abschnitt 21d. 21d. Also, ich habe eine Umfrage gemacht. Ja. 90% sind der Meinung, dass es definitiv eine Regel für winzige Gestalt gibt. Es gibt definitiv eine Regel. Ja. Okay. Ihr erlaubt, ich schreibe das ganz kurz in mein... Nein, auf keinen Fall. Ähm. Vielleicht haben Sie auch darauf spekuliert, dass du das wirklich machst. Ja, 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 ja. Ihr ver... Ach, schämischen Teufel ihr. Nein, also, dann werden wir das entsprechend natürlich einführen. Ähm, äh, du kannst ja, du kannst ja dann auch, äh, da, äh, wieder Punkte irgendwie reingeben. Und jeweils, wenn die Punkte dann entsprechend voll sind für sowas, können wir ja dann dem, äh, dem, dem, der Fee dann einen Würfel zuwerfen. Kannst du das einrichten, Inge? Schon dabei. Oh, na klar doch. Okay, also. 21d. Quarz befiehlt dem Rausschmeißer, die Priester und ihre Runenstäbe vorzuschaffen und bestellt eine Runde für das ganze Haus. Der Barmann bringt ein kleines Fläschchen herüber und Quarz verlangt von ihnen, es auszutrinken. Falls sie trinken, lesen sie 11f. Falls nicht, lesen sie 20d, äh, 2d. Ich bin sehr durstig und werde natürlich trinken. Ja, weil es egal, was es ist, also wenn es dich umbringt, kann es auch nicht viel schlimmer sein, als das, wo du dich eh jetzt befindest. Genau. 11f. Der Trank heilt alle Treffer, die sie von ihrer Konstitution abziehen mussten. Falls sie keinen Treffer hinten haben, erhöht er den Grundwert ihrer Konstitution um eins. Leider handelt es sich allerdings um Quarzens letzte Dosis. Lesen Sie bei 2d weiter. Quarz gefällt ihr Verhalten und er macht ihnen ein Angebot. Oh, so kleine, harte Messerstecher stehe ich. Heute Nacht hat er eine unangenehme Sache zu erledigen, für die er eine Leibwache benötigt. Sie dürfen die ganze Beute behalten, die sie finden und Quarz wird ihnen bei der Rückkehr 200 Goldstücke Lohn zahlen. Wenn sie das Angebot ablehnen, nimmt ihr Abenteuer hier ein Ende. Lass mich kurz überlegen, na gut. Sollten sie es akzeptieren, geht es bei 19a weiter. Also ich meine, es ist immerhin schon mal nett, sie bieten dir die Möglichkeit auch einfach zu sagen, nein. Okay, also 19a. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, der Kampf hatte gerade auch so was echt Süßes, der ist ja einsmäßiges, fand ich, oder? Ja, er war für meinen Geschmack ein bisschen arcad für, das ist der erste Kampf, in dem ich es im Abenteuer. Ja, vor allen Dingen, weil der Charakter ja schon fast ausgebäxt war, ne? Ja, ja. Also von daher, das muss man schon ehrlich zugeben, keine Frage. Aber er hatte so diesen typischen Charakter von Angriff vorbei, Angriff vorbei. Ja, ja, gut, ich meine, das ist, war halt auch wirklich knapp. Es war wirklich knapp, also ich hab auch, ich hab auch an den Würfeln nichts gemacht dann dabei, bei dem letzten Ding, das, ein Punkt mehr und das, das hätte ich halt gerissen. Dann hätten wir einen neuen Charakter gemacht. Wir haben ja noch ein paar Völker, die wir durchgehen müssen. Wir hätten ja dann einen Felsenfax bauen können, was immer genau ist. Genau, solange wir wissen, was es ist. Was immer genau ein Felsenfax ist. Na ja, gut. Quarz führt sie in einen Lagerraum der Taverne und erzählt ihnen, dass er ein Amulett des blauen Frosches zurückholen muss, das die Taverne gegen Zauberei beschützt hat. Von dem einäugigen Zwerg hat er erfahren, dass ein von den rotberobten Priestern beauftragter Dieb das Amulett gestohlen und in den örtlichen Tempel gebracht hat. Sie leisten einen magischen Bluteid. Was? Ja. Sie leisten einen magischen Bluteid, Quarz auf dieser Fahrt zu helfen und zu beschützen. Der Eid stellt sicher, dass auch sie sterben, falls Quarz ums Leben kommen sollte. Was? Du bist aber hart drauf, Jan. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber okay. Na ja, deine Entscheidung steht ja hier. Ist klar. Sie können während des Kampfes Treffer auf sich nehmen, um Quarzens Überleben zu ermöglichen. Nehmen Sie jetzt das Schwerter-Dämonen-Regelheft zur Hand und rüsten Sie sich für das Unternehmen nach Belieben aus. Der Lagerraum enthält weder Rüstung noch Gifte. Quarz schnappt sich sein zwei Meter langes Schwert, hängt sich ein, okay, also der muss schon größer sein als du. Alle sind größer als ich. Na gut, also er muss auch größer sein als, sagen wir mal, ein durchschnittlicher Zwerg. Ja, beim Zwei-Meter-Schwert. Also außer er trägt es als Dachlatte-Quelle beim Rücken. Sein zwei Meter langes Schwert, Alter. Wow. Hängt sich ein prallen Weinschlauch über die Schultern, neben das Horn, das ihm der Zwerg gegeben hat, und zündet eine Fackle an. Er teilt ihnen mit, dass er weiter nichts tragen wird. Alles, was sie finden oder erbeuten, müssen sie selbst schleppen. Das ist ja toll. Und du darfst so viele Waschmaschinen gewonnen, wie du tragen kannst. Hey, ich kann doch 18 Kilo tragen. 18 Gewichtseinheiten, nicht Kilo. 18 Gewichtseinheiten, ich weiß nicht, was eine Gewichtseinheit bei denen ist. Ach, ich sag mal so eine Goldmünze. Okay, dann kann ich gar nichts mehr tragen, weil ich eigentlich auch nicht fliegen kann, weil... Ja, also wir gehen einfach mal davon aus, du hast dein Geld irgendwo eingelagert. Also ich bin mir sicher, der Schmetterling tanzt im Morgentau wird so lange auf dein Gold aufpassen. Großartig, während ich den Todeseid leiste. Nein, den Bluteid. Entschuldigung. Verwechslung. Einen magischen Bluteid, den du da geleistet hast. Okay, Quarz hat 6 Würfel plus 28 Kampfzuschläge im Gefecht. Der braucht ganz dringend, dann lag ich der wie ich. Ich denke auch. Wir schreiben das mal so auf. 6 Würfel plus 28, Alter. Und hat eine Konsti von 30. Das mit dem Grottenschrat kommt schon hin, glaube ich. Das ist ein Felsenfax. Seine steinige Haut absorbiert pro Runde zwölf Treffer. Ja, der braucht ganz dringend mich als Leibfächter. Also ganz dringend. Wie geil ist das denn? Also der besteht tatsächlich auch zum Teil aus Fels, würde ich sagen. Ähm, der Felsenfax. Zwölf Treffer wie eine Rüstung. Felsenfaxe sind bekannterweise immun gegen Gift und werden unsichtbar, wenn sie vor einer Stein- oder Erdwand stehen. Kann ich in Felsenfax spielen? Kann ich. Darf ich bitte auch in Felsenfax sein? Das ist auch sehr geil, ja. Das fehlt ein bisschen hier in dem Abenteuer. Ja. Die Regeln, wie man dann einen Felsenfax erschaffen kann, oder? Ja, so ein bisschen. Sehr schön. Vielleicht, wenn man das gewonnen hat oder wenn man es verloren hat, dann darf man das nächste Mal als Felsenfax mitspielen. Genau, das nächste Mal darfst du dafür ein Felsenfax sein. Auch du darfst ein Felsenfax sein. Quarz führt sie in das Kellergewirbe der Taverne. Auf der niedrigsten Ebene stehen über sechs Meter hohe Weinfässer. Als er den Zapfhahn des letzten Fasses herumdreht, schwingt eine Geheimtür auf. Sag mal, kommt dir das irgendwoher bekannt vor? Hm. Wir gehen durch eine Geheimtür in einem Fass in ein dahinterliegendes Höhlensystem? Noch nie gehört. Es ist... Ich fühl mich gerade... Also gerade wird es echt... Wir sind aber im blauen Frosch und nicht im... Schwarzen Keiler. Schwarzen Keiler. Also insofern muss das völlig anderes sein. Eine Geheimtür auf, die eine in die Tiefe herabführende Treppe freigibt. Quarz geht voran und winkt sie hinter sich her nach 12G. Na ja, dann gehe ich mal mit. Ich bin ja total... Ach so, mega. Sie befinden sich auf einer dunklen Treppe. Sie können die nach Süden führende Tür am Fuß der Treppe öffnen. Du solltest vielleicht doch einen Plan machen. Du hast gesagt, ich muss keinen Plan machen. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es sind nicht so viele Gänge. Ah, also. Wir kommen aus einem Weinfass. Wir kommen aus einem Weinfass. Ich male mal einen Weinfass. Sie befinden sich auf einer dunklen Treppe. Sie können die nach Süden führende Tür am Fuß der Treppe öffnen. Da geht es nach 21E. Oder die nach Norden führende Tür am oberen Ende der Treppe öffnen und nach 8B gehen. Aber du gehst ja momentan von oben nach unten. Ich gehe von oben nach unten. Das heißt, ich gehe nach Süden dann. Nach 21E, genau. Also 8B ist nach oben. Dann kommst du wieder oben aus dem Weinfass raus. Jetzt gehe ich nach Süden. Genau, nach unten. Also unten am Fuß der Treppe. 21E. Genau. Sehr gut. 21E. Sie befinden sich in einem dunklen Raum mit je einer Tür im Norden. Da kommen wir gerade durch. Im Osten und im Süden. Im Osten und im Süden. Sollte ihr Abenteurer sich das erste Mal in diesem Raum aufhalten, lesen sie bei 1F weiter. Das ist jetzt 21E, ja? 21E, genau. Wir haben was gelernt aus dem letzten Mal, ne? Erst mal alle Zahlen mit schreiben. Ich kann nach Süden und nach Osten. Nach Süden und nach Osten. Nein, nach Süden und nach Osten. Okay. Schon richtig. So, 1F, weil du bist ja zum ersten Mal da. Richtig? Richtig. Ja. In diesem Raum warten zwei grinsende untote Kriege auf sie. Wo kommt ihr denn her? Das Fleisch auf ihren Knochen ist verwest und ihre toten Augen beobachten sie aus den Höhlen scheußlicher Totenschädel, während ihre Schwerter sich drohend in ihre Richtung bewegen. Die Untoten verfügen über jeweils vier Würfel und 20 Kampfzuschläge, eine Konstitution von zehn und einen Rüstungsschutz von zwei. Sie müssen einen Kampf auf Leben und Tod durchstehen. Falls sie getötet werden, sollten sie das Buch schließen. Falls sie gewinnen, dürfen sie sich 35 EP gutschreiben. Okay, wir haben ja zwei von denen. Das heißt, du darfst dich mit Quarz zusammenwerfen. Der gibt dir halt sechs Würfel und 28 Kampfzuschläge. Ja, aber ich muss... Ich habe acht Würfel mit 40 Kampfzuschlägen. So, acht Würfel. Ich habe acht Würfel, ja. Ja, nee, ich kriege acht Würfel dazu. Nein, du kriegst sechs Würfel dazu. Der hat sechs Würfel plus 28. Sechs Würfel plus 28. Ich fürchte, ich muss noch ein paar Würfel holen. Da war ich jetzt so nicht drauf vorbereitet. Ja, du konntest ja nicht ahnen, dass du einen Felsenfext triffst. Großartig. Hast du denn alles eingerichtet, liebe Inge? Es ist eingerichtet, jawohl. Es ist eingerichtet. Der Jan hat sogar auch schon einen netten Wurf bekommen, einen Würfel bekommen. Also er hat schon einen Bonuswürfel bekommen? Okay. Ja. Ich unterteile das hier mal. Es gibt hier einmal den negativen Würfel für den Jan, für Beschummeln beim Rechnen und so. Und dann gibt es hier den positiven Würfel beim Jan. Ich baue das mal hier so auf. Ich habe da was vorbereitet. Du hast was vorbereitet. Großartig. Ich habe hier die, das sieht man nicht, das ist ja schlecht. So, bis dahin. Genau, sehr gut. Alles klar. Es gibt hier die negativen Würfel und es gibt hier die positiven Würfel. Ein negative, ein positiver. Sehr schön. Okay. Bist du soweit? Ja. Alles klar. 60. Ich komme auf 62. Du kommst auf 62? Ja. Krass, ich komme auf 60. Auf 60? Ja. Ich komme auf 60. Bleibt es in meiner Rüstung hängen. Bleibt es bei euch beiden zum Glück in der Rüstung hängen. Ach, kriegen wir beide den Schaden? Der wird ja dann verteilt zwischen euch beiden. Ach so. Jeder von euch kriegt einen Punkt. Also ich meine gut, bei Quarz ist das nicht tragisch. Also Hawk hat zwar einen Spielleiter-Willkür-Würfel gespendet, aber es ist ein positiver. War ja natürlich positiv für mich, oder? Habe ich jetzt nicht so verstanden. Jetzt bitte, Inge. Ich sehe dir nur vor, was da steht. Da steht Spielleiter-Willkür erhalten, 4000, noch ein positiver. Na gut! Ich kann von denen hier keinen... Doch, da ist noch einer. Einen habe ich... Mehr geht nicht, sonst habe ich keine Würfel mehr. Jan, wo kommst du raus? 49, 79. Okay, ich komme auf 67. Das ist gut. Also das heißt, du machst zwölf Schaden, bei jedem von denen sechs. Das heißt, die kriegen, die halten jeweils zwei ab. Das heißt, die gehen jetzt auf, du kommst die sechs jeweils runter. Also du und Quarz, du trümmert auf die einen. Ich kann mir das so schön vorstellen, wie du immer um die rumfliegst, während Quarz eben mit einem zwei Meter langen Schwert auf die einen prügelt. Was in einem Weinkeller bestimmt eine total tolle Idee ist. Na, na. Du, ich würfel jetzt hier. Mama, hetzt mich nicht. 10, 20. Und zwölf ist 32. Und elf ist 43. 73. 73. Okay, ich komme auf 70. Damit sind es drei, die verteilen sich, aber die haben ja trotzdem eine Rüstung von zwei. Damit passiert die Runde nichts. Yay. Ey, du und die Untoten. Ja. Immer noch besser als der rot berobte Priester mit dem pulsierenden... Stab, äh, ruden... Ne, tödlichen rudenstab. Todesbringenden rudenstab. Todesstab mit ruden oder sowas? Ich muss das nochmal nachlesen. 67. Äh, ich habe 65. Ja, bleib wieder deine Rüstung hängen. Rüstung. Ja, das ist schlecht. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Doch, das ist gut. Wenn es bei dir schlecht ist, ist es bei mir gut. Ich komme nur auf 60. Das kriege ich über. Pass auf. Also. 12, 24, 34, 36, 76, 76. 76. Ja. Das ist sauber. Das sind 16 drüber. Das sind 8 auf jeden. Jeweils 2 von der Rüstung runter sind beide genau bei 0. Ja. Glückwunsch. Ja. Ich glaube, wir können uns aber darauf einigen, dass Quarz da den Hauptanteil von dem gemacht hat, oder? Ungemesset. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man aktiv den Sidekick spielt? Ich finde das okay. Also, ich gehe davon aus, dass ich als Fee es gewöhnt bin, den Sidekick zu spielen. Ich glaube auch. Ich bin definitiv nicht der da vorne steht und, ja, komm her. Der ist fett aufs Maul. Okay. Also, du kriegst 35 EP, die du dir gut schreiben darfst. Und dann geht's zur 13D. 13D. Quarz nimmt einen kräftigen Schluck aus seinem Weinschlauch und schnuppert einmal an den Leichen. Er warnt sie davor, die verfluchten Waffen und Rüstung anzurühren. An der Westseite des Raums steht ein langer, schmaler Holzkasten. Falls Sie ihn öffnen wollen, lesen Sie 4B. Wenn Sie ihn lieber in Ruhe lassen und machen, dass Sie davonkommen, lesen Sie 21E. Meinen die mit langen, schmalen Holzkasten einen Sarg oder eine Truhe? Lass mich nochmal ganz kurz vorlesen, was hier steht. An der Westseite des Raumes steht ein langer, schmaler Holzkasten. Ja, das mit dem langen ist halt so eine Sache. Was ist denn langer? Kennst du die Leute, die während man einen Film guckt, den man, wo man den beide wissen, dass man den gerade zum ersten Mal schaut, dann sich zu einem umdrehen und fragen so, sag mal, sind die verwandt? Obwohl das noch überhaupt nicht geklärt würde. Und ich mich immer dann frage, woher soll ich das wissen? Naja, also, meine Frau würde dann sagen, aufgrund der Sicht würde ich sagen, ja oder nein. Oder mal angenommen, du spielst das mit Leuten und liest denen etwas vor und dann fragen sie dich Details, die du nicht wissen kannst. Du bist der Spielleiter? Ich bin nur der Erzähler. Ich bin völlig neutral. Ach so. Da finde ich auch keinerlei Freude dabei, wenn ich dich in diesem Buch verprügelt habe. Das kannst du gut schauspielen. Also, jetzt machst du die lange, schmale Kiste. Ich mache die lange, schmale Kiste auf. Okay. Ich mag es, wenn du so absolut hart drauf bist. Eiligst die Würfel gegriffen, denn nun warten zwei Schicksalswürfel der Stufe 1 auf sie. Einmal auf Glück und einmal auf Intelligenz. Ich fange mit dem Intelligenzwurf an. Du darfst, wenn du willst, dir hier natürlich einen deiner Gutwürfel schnappen. Ich nehme mir einen Gutwürfel dazu. Okay. So, dann habe ich, ja, ist die Frage, wie wir das jetzt regeln. Weil ich habe einen Pasch 6. Darf ich dann weiter würfeln und mit 2? Ja, du, also, wenn du da einen Würfel dazu nimmst, dann darfst du dir die besten Würfel aussuchen. Also, von daher darfst du den Pasch 6 nehmen. Okay, dann nehme ich den Pasch 6. Ja, damit hast du es ja schon, 20. Aber du musstest auch eine 12 mindestens würfeln, sonst hat es nicht geklappt. Weil du hast eine Intelligenz von 8, kommst du auf 20. Ja, okay, ja, aber dann hat es geklappt. Dann hat es geklappt. Jetzt musst du nur noch den Glückswurf schaffen. Das ist was? Ja, nicht niedriger als 5. Ja, genau. Äh, 3. Nein. Du hast eine 3 gewürfelt. Ja. Ja, wenn Ihnen auch nur einer der Würfel bis links lesen, lesen Sie 10H. Ja, dann 10H. Würfeln Sie einmal. 1W6? 1W6. 4. Bei einer 4-6 ziehen Sie sich 2 Punkte von Ihrem Charisma ab. Für das nächste Jahr wird Ihnen der unangenehme Geruch gegorener Pilze anhängen. Quarz kann ein Kicher nicht unterdrücken. Großartig. Was? Gegorene Pilze? Ja. Du riechst nach gegorenen Pilzen. Also ich finde, das hört sich, ohne dass ich das jemals gerochen habe, tatsächlich schon aus sich selbst heraus widerlich an. Und du riechst jetzt nach gegorenen Pilzen und hast deswegen jetzt nur noch ein Charisma von 14. Also du bist vielleicht echt süß, aber du stinkst. Ich bin nicht mal so richtig süß und jetzt noch viel weniger als vorher. Das heißt, da war irgendwas, was auch immer da drin war, ist inzwischen so verrottet, dass nur noch vergorene Pilze darin übrig sind. Ganz genau. Großartig. Sehr gut. Weiter bei 20D. Was lernen wir daraus? Fass nix an, von dem du nicht weißt, ob es am Ende doch ein Sarg sein könnte. Der Kasten enthält ein langes, dünnes Einhänderschwert im Wert von 1000 Goldstücken. Großartig. Es handelt sich um ein Todeswirbelschwert. Also mit Namen wissen die hier umzugehen in dem Heft. Das muss man ihnen lassen. Also ein Todeswirbelschwert, das in einem Gefecht sechs Würfel plus 24 Zuschläge wert ist. 6W plus 24. Für jede Kampfrunde, die Sie dieses Schwert benutzen, verlieren Sie einen Punkt Ihrer Konstitution. Auf Dauer. Andererseits gewinnen Sie jedes Mal, wenn Sie mit diesem Schwert einen Gegner töten, zwei Punkte zu Ihrer Konstitution dazu. Ebenfalls auf Dauer. Was verliere ich? Ich verliere? Jede Runde einen Punkt, Konsti. Und jedes Mal, wenn du mit dem Schwert einen Gegner erschlägst, gewinnst du zwei Punkte. Also mal angenommen, du könntest dieses Einhänderschwert führen. Was ja gar nicht geht. Wieso? Was für ein Stärkerwert braucht das denn? Das ist doch magisch. Das ist ein Einhänderschwert. Ich guck mal kurz nach. Ein Schwert. Erforderliche Stärke 15. Ja, aber das ist doch magisch. Es sind dir keine weiteren Sachen angegeben. Ja, wenn da nicht steht. Nein, nein, nein. Wenn wir Stärke brauchen. Also, ey, das ist ein Einhänderschwert. Hast du mal dein... Da steht nicht, dass das so schwer ist, dass ich... Ja, Moment mal. Das ist ein magisches Schwert. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Da ist diese Tinkerbell große Fee, ja? Das ist ja schwer, weil du so... Naja, so unförmig bist für dein Volk, bist du vielleicht ein bisschen größer. Aber dann bist du vielleicht so groß. Ja? Und dann ist ein Einhänder den... Ja. Ja, aber das ist magisch. Das kann ich... Mit zwei Fingern kann ich das führen. Ach so, Dauererklärung. Also, du kannst ja das Ding mal mitnehmen, mal gucken, vielleicht... Nein, ich kann... Also, wenn du sagst, dass das ein normales Einhänderschwert ist, kann ich es ganz sicher nicht mitnehmen. Ach so. Also, ich sag mal, die Umfrage läuft schon. Die Umfrage läuft schon. Hey! Ich bin hier der Spieler. Du hast gesagt, du bist nicht der Spieler, du liest nur vor, hast du gesagt. Sag mal, jetzt willst du mich mit meinen... Jan. Ganz dünnes Eis, Alter. Ganz dünnes Eis. Na gut. Ich versuche ihn nur zu überleben. Ah, das Schwert erhöht ihre Konstitution jedoch nicht im Einsatz gegen Untote. Vampire, Ghoule, Skelette und so weiter und so fort. Mhm. Also, wir haben eine Umfrage. Also, für den Moment guckt sich Quarz das Schwert näher an. Weil es so spannend aussieht. Ja, aber der hat ja schon gesagt, dass er nichts mehr trägt. Ich sag's nur. Er guckt sich's an. Alles klar. Damit du dich dann... Damit der Chat das für dich später entscheiden kann. 21. Gut. Sie befinden sich in einem dunklen Raum mit einer Tür im Norden, Osten und Süden. Da waren wir ja schon mal an der Stelle. 1,11 brauchen wir nicht mehr, weil du hast die Untoten schon erschlagen. Ansonsten können Sie durch die Südtür gehen. Das ist die 6B. Ja. Die Nordtür. Das ist die 12G. Da komm ich wieder hoch. Genau, 12G. Oder die Osttür. Das ist die 9B. Also, aufgrund meiner schlechten Erfahrungen mit dem Osten... Ich wollte gerade sagen, nicht nach Osten, ja. Nicht nach Osten. Geh nicht nach Osten, geh nicht nach Osten. Also, gehst du nach Süden. Ich geh nach Süden. Die 6B. Die 6B. Sehr schön. Sie stehen in einem kurzen, dunklen Gang. Achten Sie auf wandelnde Monster. Würfel mal mit einem B6. Ich weiß nicht, jetzt ist es aber die 1. Die 1, ja. Nicht mehr die 6. Ja, 1. Hey! Yo, da gehen wir mal direkt zu wandelnden Monster auf der letzten Seite. Nun folgt eine Liste der wandelnden Monster dieses Abenteuers. Diese Monster tragen keinerlei Wertsachen bei sich. Ihre Waffen und Rüstungen sind verflucht. Oder aber Sie verschwinden beim Tod Ihrer Besitzer. Ey, hier selbst Looten wird völlig ausgeschlossen. Sie können also nicht von Ihnen benutzt werden. Würfeln Sie aus, welches Monster Sie bekämpfen müssen. Wenn Sie Ihre Gegner getötet haben, kehren Sie bitte zu dem Abschnitt zurück, wo Sie hergekommen, hierher verwiesen wurden. Sie dürfen kein zweites Mal gegen dasselbe Monster kämpfen, bevor Sie nicht einmal gegen alle Monster der Liste gekämpft haben. Yay! Ja. Dann würf mal mit einem W6, was du da triffst. Nur 6. Okay. Der Drache. Nein. Nicht ganz. Drei rot berobte Priester. Jeder der Priester ist mit einem pulsierenden Todesruhenstab. Pulsierender Todesruhenstab bewaffnet. Besitzt eine Konstitution von 20, sowie 4 Würfel plus 22 Kampfzuschlägen. Jede. Jede. Ich muss mir mehr Würfel holen, ich bin gleich wieder da. So, lieber Chad, das jetzt ist die richtige Entscheidung, um darüber zu entscheiden, ob die Fee, aus welchem Grund auch immer, tatsächlich dieses Schwert führen kann. Weil ich befürchte, ohne dass sie das Schwert führen kann, wird das sehr kurz. Tatsächlich, 76 Prozent des Chats sind dafür, dass er es benutzen kann. Ich hab jetzt allerdings in die Antwort geschrieben, also die Antwortmöglichkeit, ja, es schrumpft einfach. Allerdings hat gerade eben Hawk im Chat geschrieben, das Ding heißt ja Wirbelwind irgendwas. Ja. Würde dann nicht das Schwert die Fee herumwirbeln beim Benutzen? Ich find die Idee eigentlich auch ganz witzig. Dass da so eine Fee dranhängt und dann halt versehentlich trifft. Ja, ich würde auch erklären, warum sie die ganze Zeit Konsti verliert, wenn sie das Schwert einsetzt. Das Dancing Sword. In einer gewissen Art und Weise, ja, das kann man, glaube ich, so durchgehen lassen. Äh, das heißt, ich hab jetzt hier zwei Priester, die das jeweils zwanzigerweise haben. Okay, alles klar, den Teil nehm ich. Ähm, in dem Fall machen wir das aber dann tatsächlich mal getrennt, weil du musst ja deine Gegner auch einzeln erschlagen, damit du deine Konsti entsprechend dann auch für wieder kriegen kannst. Das heißt, ich, äh, wir würfeln jetzt einmal für Quarz, der muss jetzt alleine gegen zwei von denen antreten. Mhm. Dann kannst du mal würfeln, sechs Würfel plus 28. Und ich habe acht Würfel plus 40. Da hat Quarz keine Chance. Ja, nicht auf Dauer. Aber du kannst dich ja zu Not todesmutig dazwischenwürfeln. äh, werfen. Ja, muss ich, weil sonst sterb ich. Ja, ja, aber erstmal musst du ja mal gucken. Ich meine, der hält ja auch eine Menge aus und der hat ja zwölf Rüstungen. Das darfst du nicht vergessen. Okay. Wenn du das sagst. Ich sag das so. Also ich komm bei 47 raus. Also. Zwölf. Achtzehn. Zwanzig. Fünfundzwanzig. Und achtundzwanzig. Fünfundzwanzig ist Dreiundfünfzig. Du hast es gewonnen? Nein. Was habe ich gesagt? Nein. Sonst hat es mich durcheinander gebracht. Zwanzig. Zwanzig. Achtundsechzig. Achtundsechzig, ja. Siebenundfünfzig. Damit ist du, äh, er kriegt elf Treffer ab, aber das ist nicht tragisch, weil er hält ja zwölf aus. Okay. Also erste Runde Quarz steht da, verteidigt sich. Du, 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 steckt ein paar Schläge ein, aber er ist ja schließlich ein Felsenfex. Den Namen muss ich mir merken. Das ist großartig. Irgendwo muss ich das nochmal einbauen. Ähm. Dann darfst du alleine gegen einen von denen kämpfen, während du dein Schwert anwirfst. Genau. Also, ich habe, ich habe ein Schwert mit, äh, 6W plus 24 und einen Bergasse mit 2W plus 4. Das bin ich bei. Also kannst du nur das Schwert einsetzen an der Stelle. Also das, du musst dich an dem Schwert festhalten, wenn das die ganze Zeit rotiert. Nein, hättige. Wenn das die ganze Zeit rotiert, musst du dich festhalten. Na gut, okay. Also dann 6W plus, äh, 24. 24 plus deine, äh, plus deine Zuschläge ja noch. Ja, 17. Nee, 16. Ich habe ja meine Glückrunde. Also, äh, 6W plus 40. Ich bin bei 31. Das geht nicht gut aus für den. Ich bin bei 66. Kannst du das bitte gerade noch mal ganz kurz wiederholen? 66. Ich habe 6W plus 40. Okay. Alles klar. Gut. Der kommt insgesamt auf 33. Das heißt, du wirfst dein Schwert an und auf diesen rot berobten Zauberer mit dem, pulsierenden Todesruhenstab, kommt dieses sich wie von selbst bewegende Schwert zu. Und, äh, hinten dran die Fee. Und tatsächlich schnetzelt das Schwert einfach mal straight durch den, äh, durch den rot berobten Priester durch. Das heißt, du erledigst den ersten einfach. Und damit steigert sich tatsächlich deine Consti. Also, einen Punkt verlierst du, zwei Punkte bekommst du dazu. Das heißt, du hast effektiv einen Bonus von 1 gemacht. Ja. So. Sehr gut. Das heißt, in der nächsten Runde kannst du dich wieder um einen kümmern, während sich auch der Felsenfax um einen kümmert. Genau. Dann machen wir erstmal wieder den Felsenfax. Alter, was ein Bild. Das Schwert ist der absolute Killer. Du kannst das Schwert auch alleine loslassen. Ich fürchte, alleine macht's nix. Du Scheiße. Ja, ich hab's tatsächlich geschafft, eine 5 zu würfeln. Ich komm mal auf 25. So, äh, ich hab 6 plus 30, ne? Da sind wir bei 10, 3, 9, 10, 9. Äh, 61. 60. Was? Der hat 6 Würfel plus 28 Würfel. Plus, ach so, ja stimmt. Ich hab ja hier meine plus 2 schon reingerechnet. In den, den. Na, plus 28. Nee, dann, äh, 2 weniger. 59. Ja, dann ist der halt wohl tot. Also, der Felsenfax nimmt sein 2 Meter langes Schwert und erschlägt den einen Priester einfach. Okay, und jetzt, äh, du noch. Ja, genau. Also, das heißt, du verlierst wieder einen Punkt Konsti und musst jetzt mit dem, oh, das ist hoch. 12, 17, 19, 39. 39. Am Ende erschlag ich ihn nicht, das wär nicht schön. Am Ende erschlag ich ihn nicht auf ersten Schlag. Wie kann das denn sein? 12, 22, 62. Vielleicht erschlag ich ihn doch beim ersten Schlag. Was soll das denn? Viel höher kann ich gar nicht würfeln. Also, ich bin dagegen, dass er dieses Schwert einsetzen kann. Das ist ja der völlige Irrsinn. Also, schock, 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 schock. Das heißt, du verlierst wieder einen Punkt, gewinnst zwei dazu, machst wieder einen Nettogewinn von eins. Bei wie viel bist du inzwischen mit deiner Fee? Acht. 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 Also, okay, du bist inzwischen schon so eine richtige Killer-Fee geworden. Ja, also, unter Feen bin ich quasi obere Anschlag. So, ganz hier oben. Okay, gut. Von Balance finde ich das Bild aber höchst amüsant. Ich muss immer an dieses Dancing Sword denken, wenn mir da hinten noch eine Fee dran hängt. Wollte ich ja sagen, mit dem Bild der Fee, die dahinten dran ist. Wie gesagt, ich weiß auch, warum du die Consti verlierst. Also, du bist... Das ist schon anstrengend, sich da festzuhalten. Das glaube ich. Du gewinnst insgesamt dadurch 90 Erfahrungspunkte übrigens. Yeah. Das ist schon ganz schön krass. Das ist schon ganz schön krass. Wenn Sie die Tür nach Norden ausprobieren wollen, ist die 21E. Aber da kommen wir ja her. Wenn Sie lieber die Tür nach Süden wollen, ist es die 13C. Die 13C. Dann die 13C. Die 13C. Ihr momentaner Aufenthaltsort ist ein dunkler Raum mit einer einzigen Tür in der nördlichen Wand. In der Mitte des Raums befindet sich eine riesige 10 Meter lange Königskobra. Sollten Sie bereits einmal hier gewesen sein und die Kobra getötet haben, lesen Sie jetzt 11G. Nein. Falls die Kobra noch lebt, müssen Sie mit ihr kämpfen. Die Kobra besitzt weder Würfel noch Kampfzuschläge. Sie kämpft nach Spezialregeln. In jeder Runde, in der Sie gegen die Schlange antreten, müssen Sie zwei Würfel rollen. Bei einem Ergebnis von zwei hat die Kobra sie gebissen und tödliches Gift warnt sich im feurigen Weg durch ihre Adern. Der Biss ist tödlich. Ja, das macht bei tödlichem Gift sogar wirklich Sinn. Bei einem Wurf von zwölf zerbricht Ihre Waffe. Warum auch immer. Bei einer 3 oder 11 schließlich wird Ihnen die Waffe entrissen. Und Sie verlieren sie, sofern es Ihnen nicht gelingt, die Kobra zu töten. Bei jedem anderen Ergebnis greifen Sie normal an. Felsenfexte sind immun gegen Gift. Eine Tatsache, die der Schlange bekannt ist, sodass sie ihre Angriffe auf Sie konzentrieren. Du bist doch ein Felsenfext. Nicht beiß ich nicht. Aber hey, du bist nur eine Fee, oder? Ich bin aber viel schwerer zu fangen. Die Kobra besitzt eine Konstitution von 60. Okay, das heißt, wir müssen die jetzt runterprügeln, oder was? Ja, das ist mehr so ein War of Attrition, den wir hier gerade vorbereiten. Die natürliche Rüstungsschutz ihrer Schuppen absorbiert 40 Trefferpunkte. Also, wir müssen auf 70 kommen. Nein, du musst sie ja nicht auf einmal erschlagen. Aber die Rüstung von diesem Ding, also die Königskobra hat mehr als doppelt so viel Rüstung wie eine Ritterrüstung. Naja, das ist schon magische Panzer. Ist halt eine große Königskobra. Mit viel Schuppen. Wirklich viel Schuppen. Würfeln Sie den von Ihnen und Quarz angerichteten Schaden aus und ziehen Sie ihn sofort vom Rüstungsschutz und eventuell der Konstitution der Schlange ab. Vergessen Sie aber nicht, jede Runde auszuwürfen, ob die Schlange Ihnen einen Erfolg gegen Sie verbuchen konnte. Sie können den Kampf jederzeit abbrechen und zur Tür fliehen. Wollen wir das mal ausprobieren? Was hat das für Nachteile? War es das Fliehen? Ja. Verräter mir wahrscheinlich noch nicht, ne? Sie abbrechen und zur Tür fliehen. Allerdings geben Sie dadurch der Schlange die Möglichkeit eines freien Schlages. Sobald Ihnen die Flucht gelingt, lesen Sie weiter bei 6b. Falls Sie die Kobra schlagen, lesen Sie weiter bei 2b. Von daher, du kannst doch einfach weglaufen. Oder wir gucken jetzt mal, was passiert. Ja, lass mich das kurz durchkalkulieren. Kommst du mir jetzt mit Mathematik oder sowas? Ja. Also ich habe 8 Würfel plus 30, wenn ich das Schwert nicht einsetze. Ich habe 12 Würfel plus... Ja, du musst doch mehr haben. Ich meine, der Quarzerlein hat plus 28. Der Quarzerlein bringt ja 6 Würfel plus 28 mit. Ja. Und das Schwert bringt 6 Würfel plus 24. Ja. Da bin ich also bei 12 Würfeln plus... 24 und 28 sind wir bei 52. So, und dann bringe ich noch 16 dabei. Da haben wir 68. 12 Würfel plus 68. Ich hau mal zu. Moment, ganz kurz. Ja, okay. Dann lässt du wieder das Schwert des Todes los. Aber erst mal würfel ich, ob die Schlange nicht beißt. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Eine, 6. Okay, Glück ab. Die Runde passiert nichts. Du hast einen Schlag. Das heißt, du hast 12 Würfel plus was? 68. Ich muss auf 70 kommen. Ich habe es geschafft. Ernsthaft. Das ist kein Witz. Du hast einfach mal die Schlange erschlagen. Ja, Markus. Ich habe 12 Würfel plus 68. Oh, nee. Du musst erst mal auf 100 kommen, ne? Weil die hat 60er Consti und 40 Rüstung. Das sind zusammen 100. Die hat eine 60er Consti? Ja. Okay. Dann muss ich rechnen. Dann muss ich rechnen. Was? Dann muss ich rechnen. Das hatte ich so nicht geplant. Das war so nicht vorgesehen. 40. Ja. Also, das ist 100, 106, 100, 111. Geh doch kacken, Alter. Alles klar. Also, du schmeißt dein Schwert an. Du verlierst einen Punkt Consti, gewinnst wieder zwei Punkte Consti und hast wieder ein netto Gewinn von eins gemacht. Also, solange du das in der Geschwindigkeit durchziehst, kommt diese Feder hinten raus und kann sich vor lauter Kraft und Konstitution gar nicht mehr bewegen. Wirklich, ich habe noch nicht einen Punkt stärker gekriegt. Aber Konstitution bis jetzt bei neun. So, irgendwann demnächst werde ich hier mal den Würfel einsetzen und wenn es nur darum geht, dass dir das Schwert ausfällt. Ja, das wäre dann ziemlich tödlich. Geht dir das Benzin aus, mein Freund? Erzähl mir was, wie viel XP ich für die Schlange kriege. Ach, geh doch weg. Okay, nein, also, tatsächlich steht hier nichts von Erfahrungspunkten, aber wir gehen mal zu 2b. Ja. Nachdem die Schlange tot ist, 2b. Quarz wischt sich durchs Gesicht und nimmt einen kräftigen Schluck aus seinem Weinschlauch. Die Schlange glüht für einen Augenblick grün auf, zerfällt dann zu Staub und verschwindet. An ihrer Stelle erscheint ein aufgerolltes, 10 Meter langes, dunkelgrünes Seil. Wenn sie dieses Seil in die Luft werfen, bleibt es im freien Raum stehen und wird hart und stabil wie ein Stahlrohr. Sodass es ohne Probleme möglich ist, daran hoch oder hinunter zu klettern. Wenn sie das Ende des Seils verdrehen, wird es wieder schlaff und fällt zusammen. Das Seil ist 600 Goldstücke wert. Ist halt für eine Fee völlig uninteressant, aber 600 Goldstücke. Was wiegt es denn? Ich gucke mal nach, was ein Seil wiegt. Es ist bestimmt magisch, also wie das Seidenseil. Jetzt fängt das wieder an. Du hast mir das letzte Mal ein Hanfseil angedreht. Ja, das ist richtig. Okay, wir sagen, es ist ein Seidenseil. Ein wunderschönes grünes Seidenseil. Aus berühmt-berüchtigter Schlangenseide. Die berühmt-berüchtigte Schlangenseide, genau. Alles klar. Gut, das sind drei Gewichtseinheiten pro Meter. Das heißt, das sind 30 Gewichtseinheiten. Die kann ich noch tragen. Wie viel hast du da noch, Platz? Jetzt noch 30. Ne, kann ich nicht tragen. Quatsch. Da müsste ich den Waffenrock ausziehen. Oder mein Messer wegwerfen. Ne, ich werde dem... Also, für den Würfel hier würde ich dir erlauben, dass Quarz tatsächlich sich deines Messers annimmt. Ne, ich sag Quarz, das Seil ist geil. Nimm das mit. Ich sag Quarz, ey, das Seil ist geil. Ja. Okay, gut, dann ist das Quarzseil. Und ob der das benutzt oder nicht, es liegt in meinem Ermessen. Nicht in deinem, in meinem Ermessen. Ich bin Quarz. Ich bin Felsenfax. Ich kann fliegen. Wie oft, glaubst du, werde ich dieses Seil brauchen? Ja. Toll. Na gut. Nein, halt nicht. Aber das sind meine 600 Goldstücke. Ja, ist okay. Gehen Sie weiter bei 11G. Alles klar. 11G. Sie stehen in einem dunklen Raum mit einer Tür in der Nordwand und einem runden Loch in der Mitte des Bodens. Wenn Sie den Raum durch die Tür verlassen wollen, lesen Sie 6B. Da kamen wir ja her, richtig? Ja. Genau. Wenn Sie durch das Loch im Boden wollen, brauchen Sie ein Seil von mindestens sieben Metern Länge. Quarz, wollen wir mal da unten gucken? Falls Sie ein solches Seil besitzen, benutzen Sie es und rutschen hinunter nach 17C. Okay. Also ich gebe zu, du kannst fliegen. Ja, das muss man an der Stelle gelten lassen. Also, ja. Ja, aber wenn Quarz mitkommen will, braucht er das Seil. Insofern ist es völlig richtig. Er braucht das Seil. Sein Seil. Also, es ist schon echt schlimm, muss ich ja gestehen. Die Fee ist hierfür nicht vorgesehen. Die ist leider Gottes viel zu gut. Kann fliegen. Okay, 17C. Das heißt, du wechselst jetzt hier das Level. Oh. Sie befinden sich in der Mitte eines langen, düsteren Ganges, der sich in ostwestlicher Richtung dahinzieht. Achten Sie auf wandelnde Monster. 17C. Wandelnde Monster. Nein. Okay. Über ihnen schwillt die Decke des Ganges zu einer Kuppel an, in deren Mitte sich eine Falltür befindet. Die Falltür befindet sich sechs Meter über dem Boden. Wenn Sie über eine Möglichkeit verfügen, die Falltür zu erreichen, lesen Sie 13C. Aber da weißt du ja schon, wo wir hängen gehen. Also, weil dann, da waren wir ja schon. Ja. Genau, da kommst du wieder zurück zu der Schlange. Aber die ist ja tot. Wenn Sie nach Osten gehen wollen, lesen Sie 6F. Wenn Sie nach Westen gehen wollen, lesen Sie 19B. 6F oder 19B? Ähm, 19B. 19B. Sie stehen am Westende eines dunklen Ost-West-Tunnels. In der südlichen Wand befindet sich eine Tür. Wenn Sie versuchen, die Tür zu öffnen, lesen Sie 4C. Wenn Sie lieber nach Osten gehen wollen, lesen Sie 17C. Ja, da kommen wir ja her. Also 4C. Also 4C. Sie befinden sich an der Nordseite eines von Fackeln beleuchteten Raumes. In der Südwand befindet sich eine Tür. Im Raum stehen Tische und Regale. Im letzten befinden sich seltsam geformte Flaschen und Gefäße, runenbedeckte Kästen und eisenbeschlagene Truhen. In der Nähe der Ostwand steht ein mit Schriftrollen und Büchern aller Formate bedeckter Schreibtisch. Ebenfalls auf diesem Tisch steht ein Schild mit der Aufschrift, bin gleich wieder da. Ist das schon sehr verstaubt? Quartz schnüffelt kurz und sieht sich einmal hier um. Das ist eine Zaubererhöhle, erklärt er. Vom Geruch würde ich sagen, der Zauberer hat mindestens die 21. Stufe erreicht. Machen wir, dass wir wegkommen. Wenn Sie durch die Tür in der Nordwand verschwinden, lesen Sie 19b. Wenn Sie eines der Kästen auf dem Regal zu Ihrer Rechten untersuchen, lesen Sie 14c. Sollten Sie quer durch das Zimmer auf die Südtür marschieren, lesen Sie 8c. Falls Sie schließlich vorsichtig und auf Zehenspitzen immer an der Wand entlang zur Südtür schleichen, lesen Sie 9g. Wie soll ich sagen, ich fliege quer durch den Raum und jetzt? Also möchtest du geräuschlos fliegen, dann würde ich das als 9g betrachten oder auf die Südtür zu machen? Ja, geräuschlos fliegen. Also sagen wir mal 9g. Leise flattern. Sagen wir mal 9g. Mhm. Ähm, Quarz hält Sie für zu vorsichtig. Er stolziert quer durchs Zimmer und wartet an der gegenüberliegenden Tür auf Sie. Siehst du? Fragt er und winkt Sie ungeduldig zu sich. Als Sie die Mitte der westlichen Wand erreicht haben, wird der Boden unter Ihren Füßen plötzlich butterweich. Das ist ja spannend. Und Sie sinken bis zu den Knien ein. Arg. Nein, Sie sinken bis zum Kinn ein. Wenn Sie Ihre Waffen über dem Kopf gehalten haben, lesen Sie 17k. Sollten Sie Ihre Waffen zwar bereit, aber unter dem Fußboden haben, lesen Sie 3a. Ich bin rüber geflogen, verdammt. Dann sagen wir 17k. Ja. Das kann man, glaube ich, gelten lassen. Mit einem Pop. Ähnlich dem Geräusch eines Champagnerkorkens, der aus der Flasche gezogen wird, steht plötzlich ein Zauberer über Ihnen. Nun liegt ein Schicksalswurf erster Stufe auf Charisma an. Ich stink doch noch nach Pilzen. Ja, genau. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke. Denn sonst mach ich. So. Wenn du willst, du hast immer noch eine. Ich würde den Würfel nehmen. Ja, 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 ja. Weil ich stinke ja so furchtbar. Pasch 3. Dann habe ich also 6. Dann bin ich jetzt bei 20. Und nochmal 6, 26. Sehr gut. Das reicht. Link der Wurf geht es weiter bei 12b. Ich würde mich jetzt beim Chat einschleimen, wenn ich du wäre. Weil du hast keine Würfel. Chat? Chat? Gäbe es vielleicht die Möglichkeit, nochmal einen Würfel zu bekommen. Denn ich fürchte. Also, falls ihr Abenteurer männlich ist, lesen sie weiter bei 16a. Falls ihr Abenteurer weiblich ist, geht es weiter bei 17g. Wenn sie bereits schon einmal in diesem Abschnitt gewesen sind, schimpft der Zauberer sie aus. Also, du bist eine männliche Fee. Das haben wir ja schon geklärt. Ich bin eine männliche Fee, ja. 16a. Mit Bart. Bei dem Zauberer handelt es sich um eine äußerst gut aussehende, rothaarige Frau, die sich ihnen als Gina vorstellt. Hallo, Gina. Alter. Oh Gott. Es hat wirklich was von der Saal in den Frühtagen. Da ihr Kopf sich auf Fußbodenhöhe befindet und sie über ihnen steht, erweist sich Ginas Robe als etwas zu kurz. Sie haben einen fantastischen Ausblick auf ihre wundervollen Beine. Unangenehmerweise ist ihr verträumter Gesichtsausdruck Gina nicht entgangen. Sie tritt einen Schritt zurück und schnippt mit den Fingern, worauf sie wieder aus dem Boden schnellen, allerdings ohne ihre Kleiderrüstungsteile und Ausrüstungsgegenstände. Gina wandert einmal um sie herum und schüttelt den Kopf. Sie fragt, ob sie bereit wären, ihre Waffen abzulegen und sie in ihr Arbeitszimmer auf ein Glas Wein zu begleiten. Klar. Was war das? Klar. Klar. Falls sie annehmen, geht es weiter bei 2G. Ach so. 2G. Anmutig steckt Gina zwei Finger in den Mund und lässt einen gellenden Pfiff ertönen. Unter dem Schreibtisch riecht ein gähnender und sich die Augen reibender Knom hervor. Gina stellt ihn als Schlangenweg der Knom vor und weist ihn an, quats ein paar Erfrischungen zu sie. Sie weist ihn an, quats ein paar Erfrischungen zu servieren. Dann dreht sie sich um, zwinkert ihn zu und führt sie zur Tür ihres Arbeitszimmers. Sie lässt ihn den Vortritt und sie öffnen die Tür. Lesen Sie 11e. Und betreten den Raum. Quats schaut von seinem vierten Krug Bier auf und hebt Fragen die Augenbraue. Sie fühlen sich etwas durcheinander und setzen sich zu ihm an den Tisch. Gina schließt die Tür und schenkt ihnen ein Krug Bier ein. Sie fühlen sich schwach und irgendwie ausgetrocknet. Auf dem Schreibtisch liegen ihre Waffen, Kleider und Ausrüstung. Anstelle ihrer Rüstung finden sie jedoch ein silbernes Schuppenpanzerhemd. Gina erklärt ihnen, dass es sich um eine magische Rüstung handelt, die pro Kampfrunde zehn Treffer absorbiert. Yeah! Super! Außerdem wird sie unsichtbar, sobald sie sie anlegen. Die hat so einen Fingerhut großen Kettenpanzer für dich gebastelt. Gina dankt ihnen für die Haarsträhne, plinzelt ihnen noch einmal zu und zieht sich dann in ihr Arbeitszimmer zurück. Du musst da irgendwas vergessen haben. Woher hat die meine Haarsträhne und was ist passiert hinter der Arbeitszimmertür? Ja! Quarz trinkt sein Bier aus und fragt sie, wie sie an diese tolle Tätowierung gekommen sind. Welche Tätowierung? Sie antworten ihm, sie besitzen keine Tätowierung und fragen, ob er noch ganz normal sei. Quarz schaut sich ihre Rückseite an und beschreibt die Tätowierung. Herzen und Blümchen, kleine Engelchen mit Pfeil und Bogen und der Name Gina in großen roten Buchstaben. Jetzt erinnern sie sich, dass es schmerzte, als sie sich hinsetzten. Nun, egal, sie legen jedenfalls jetzt ihre neue Rüstung an. Quarz schnappt nach Luft und bricht in schallendes Gelächter aus. Sie schauen an sich herab, ihre Kleider und ihre Rüstung sind völlig unsichtbar. Sie selbst allerdings sind überaus sichtbar. Quarz schluckt heftig, wischt sich die Tränen aus den Augen und erklärt, das sei der beste Trick, den er je gesehen habe. Alle Monster, denen sie begegnen, werden sich bei ihrem Anblick todlachen, besonders wenn sie weglaufen würden und die Monster ihre Tätowierung sehen. Prost! Noch immer kichern, führt Quarz sie zur Tür. Schreiben sie sich, festhalten, 1500 Erfahrungspunkte. Und erhöhen sie ihr Charisma um drei Punkte. Jawohl! Geht alles! Wenn sie nach Norden gehen, lesen sie 19b. Wenn sie nach Süden gehen, lesen sie 6k. Nach Norden 13b, da kommen wir her. Also gehen wir weiter nach 6k. Ganz ehrlich, das ist so die Stelle, wo ich es jetzt wirklich langsam bedauere, dass du eine Fee bist und kein Zwerg geworden bist. Das wäre vom Gesamtbild her was. Ja, als Fee ist das völlig in Ordnung. Das sieht ja keiner. Gina. Irgendwo zwischen meinen Flügeln. Herrlich. Okay, also 6k. Großartig. Ja. Es ist schon ein bisschen pubertierend, oder? Nein. Sie befinden sich in einem kurzen dunklen Nord-Süd-Tunnel. Achten Sie auf wandelnde Monster. Zwei. Keine. Also. Wenn Sie durch die Tür der Nordwand gehen, lesen Sie 12L. Aber da kommen wir ja her. Ja, aber wir kommen nicht aus 12L. Wir kommen von 8C. Ja, aber dann kommst du wieder dahin. Ach so. Das ist schon grundlegend recht. Also 12, 12, was war das? 12L. Sollten Sie die Tür in der Südwand bevorzugen, geht es weiter bei 3B. Dann 3B. 3B. Sie befinden sich am oberen Ende einer Treppe, die sich im Uhrzeigersinn an der Außenseite eines dunklen Abgrundes entlangwindet. Im Norden Ihrer Position befindet sich eine Tür. Wenn Sie Ihr Glück an der Tür versuchen wollen, gehen Sie zu 6K. Da kommen wir her. Wenn Sie die Treppe hinabsteigen wollen, lesen Sie 16L. 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 Treppe runter. Das tut weh, was du mich hier vorlesen lässt, was du da machst. Sie klettern die Stufen hinunter, bis sie plötzlich ausrutschen und für Sekundenbruchteile halb über dem Abgrund hängen. Flatter, 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 flatter. In einer solchen Situation wird ein Schicksalswurf erster Stufe auf Glück notwendig. Falls Sie ihn verpatzen sollten, stürzen Sie in den Tod. Also ich behaupte jetzt mal, du schaffst das automatisch, weil du fliegst. Okay, das ist fair enough. Falls Quart sich dicht hinter Ihnen befand, konnte er Sie noch fassen. Gehen Sie weiter. Falls Sie die Treppe hinaufsteigen, lesen Sie als nächstes 3B. Falls Sie die Treppe hinabsteigen, lesen Sie weiter bei 20C. Also hoch oder runter? Äh, weiter runter. Achso, Jan, du hast übrigens noch einen Würfel vom Chat bekommen. Oh, super! Vielen herzlichen Dank! Ich kann sagen, betteln hilft. Ja. Sehr schön. Also 20C. Weiter runter? 20C, ja. 20C. Sie befinden sich auf einer Treppe, die sich außen um einen dunklen Abgrund herumwindet. In der Ostwand befindet sich eine Tür. Im Osten. Falls Sie durch die Tür wollen, lesen Sie 5D. Sollten Sie die Treppe hinaufklettern wollen, lesen Sie 1611. Falls Sie die Treppe hinabsteigen wollen, geht es weiter bei 18G. Es geht noch weiter runter. Aha. 18G wäre das. Aber wir gehen durch die Tür. Tür. 5D. 18G. Okay. Ich brauche doch einen ganzen Block für das Abenteuer. 5D. Sie befinden sich in einem kurzen, dunklen Gang mit jeweils einer Tür an seinem Ost- und an seinem Westende. Achten Sie auf wandelnde Monster. 5. Keins. Falls Sie durch die Westtür gehen wollen, lesen Sie 20C. Wenn Ihnen die Osttür eher zusagt, lesen Sie 17B. 17B hatten wir aber doch schon mal. Nee. Nee? Nein. Okay. Also, dann 17B. Ja, ja, 17B auf jeden Fall. Sie stehen in einem von Fackeln beleuchteten Raum. Im Westen und im Süden führen eine Tür aus dem Raum hinaus. In der Mitte der Kammer liegt ein 120x2,40 großer Teppich mit dichtem Flausch und offenbar handgewebtem, leuchtend geometrischen Mustern. Sollten Sie bereits in diesem Raum gewesen sein, finden Sie ihn jetzt leer vor. Lesen Sie weiter bei 14B. Wenn Sie um den Teppich herumgehen, lesen Sie 14B. Falls Sie quer über den Teppich spazieren, lesen Sie 7E. Sollten Sie unter den Teppich schauen, lesen Sie 10A. Ich schaue unter den Teppich. 10A. 10A. Sie kriegen noch etwas tätowieren. 10A. Wenn Sie Ihre Hand benutzt haben, lesen Sie 8G. Falls Sie sich irgendeines Hilfsmittels bedient haben, lesen Sie 22C. Ich werde ein Hilfsmittel benutzt haben. Auf was denn? Meine Dagasse. Deine Dagasse, ja, dann ist er auch weg, wenn es drauf ankommt. Na gut, okay, 22C. Finde ich auch süß, dass Sie das erst dann nachfragen. Das ist so eine von diesen. Ich glaube, ja, natürlich habe ich das gesagt, egal, was ich machen wollte. Lieber Spielleit. Vielleicht besteht ja noch Hoffnung für Sie. Erhöhen Sie Ihren IQ-Wert um einen Punkt. Yeah! Da geht alles. Quarz ist der Meinung, Sie sollten aufhören, an dem Teppich herumzufummeln. Für so etwas hätten Sie keine Zeit. Lesen Sie bei 17b weiter. Okay, jetzt ist die Frage. Möchtest du über den Teppich spazieren oder um ihn herumgehen? Du kannst nicht nochmal drunter gucken, um noch mehr IQ zu bekommen. Ich würde drüber fliegen und gucken, ob ich die Muster in irgendeiner Form zuordnen kann. Aber die Option habe ich nicht. Komm hier nicht mit Rollenspiel. Sorry. Von mir aus, ich laufe drüber. Okay. Die 7e. Als Sie die Mitte des Raumes erreicht haben, hören Sie ein leises Wispern aus dem Teppich. Sollten Sie das Wispern ignorieren und sich weiter auf die Tür zu bewegen, lesen Sie 14b. Falls Sie schnell beiseite und vom Teppich hinunterspringen, dürfen Sie 17b lesen. Wenn Sie aber anhalten und sich hinunterbeugen, um das Gewispern besser zu verstehen, lesen Sie 12h. 12h. Ich bin eh wahrscheinlich schon ziemlich dicht an der Teppichkante bei beiden 20cm Größe. Ein leises Stimmchen dringt aus dem Teppich und schimpft. Verschwinde von meinem Kopf, du Naude, ich verwandle dich in eine Kröte. Sie treten etwas zurück und Quarz starrt den Mittelpunkt des Teppichs an. Quarz bedeutet dem Teppich, er solle nicht solchen Blödsinn reden. Teppiche hätten keinen Kopf. Außerdem würde er eine Motte auf den Teppich hetzen, wenn er nicht höflicher mit ihm redete. Das Muster des Teppichs scheint zu erzittern und der Teppich bittet Sie in höflicherem Turm, ihn hochzuheben und zu schütteln. Wenn Sie den Teppich ignorieren und zur Tür gehen, lesen Sie 14b. Sollten Sie der Bitte des Teppichs Folge leisten, lesen Sie 18f. Wenn Sie stattdessen lieber mit der Waffe herumfuchteln und den Teppich auffordern, seinen Verlangen zu erklären, sollten Sie 3c lesen. Also ich würde gerne den Teppich aufschütteln. Ich vermute nur, ich bin nicht stark genug dazu. Also werde ich Quarz fragen, dass er das bitte für mich macht. Ja, das macht er bestimmt. Wenn er tot ist, bist du ja auch tot. Ja. Quarz und sie greifen sich jeweils eine Ecke des Teppichs und heben ihn hoch und schütteln ihn. Mit einem lauten Plopp fällt ein kleiner, fetter Zauberer im blauer Rob aus der Mitte des Teppichs auf den Boden. Er arbeitet sich hoch und sagt Ihnen, Sie sollen den Mund zumachen, wenn Sie keine Fliegen fangen wollen. Versuchen Sie einen Schicksalswurfstufe 1 auf Charisma. Ja, da bin ich ja jetzt richtig gut drin. Ja. Hey, hast du schon mal gesehen? Kennst du eigentlich Gina? Ich rieche zwar immer noch ein bisschen nach Pilz, aber ja, mit einer gewürfelten Sieben bin ich bei 24. Yo, Baby. 1a. Haben wir mal einen Teppich ausgeschüttelt. Der Zauberer flucht den Teppich gotteslästerlich an. Dann verstummt er und erklärt ihn, dass es sich um einen fliegenden Teppich handelt, den er ausprobieren wollte. Aber sein Teleportspruch schlug fehl und führte dazu, dass er im Muster des Teppichs eingeschlossen wurde. Als Belohnung für seine Befreiung überlässt er ihnen den Teppich. Das ist ja toll, ein fliegender Teppich. Ich weiß nicht mehr, wohin mit den magischen Gegenständen, die dieses Abenteuer über mir ausläuft. Gut, da ich eine Febien und Silber fliegen kann, brauche ich keinen fliegenden Teppich, aber ich werde ihm Quarz schenken. Der Teppich hat einen Wert von 2000 Goldstücken. Ja, ich kann ihn auch nicht tragen, wobei kann der neben mir her fliegen? Und ein Gewicht von 500. Er trägt bis zu 22.000 Gewichtseinheiten. Ich lasse diesen Teppich neben mir her. Habt ihr auch gerade gesehen, wie Jan ganz kurz erstarrt ist, da die Augen so diesen Hauch größer wurden? Ist aber unter den momentanen Umständen nicht zu gebrauchen, weil er für Tunnels einen zu großen Wendekreis hat. Und sie zum Öffnen von Türen absteigen müssen. Um den Teppich zum Fliegen zu bringen, setzt man sich mitten darauf und spricht die magischen Worte Afi geht's burr. Der Teppich folgt gesprochene Befehlen und fliegt mit Geschwindigkeit von einem langsamen Spaziertempo. Bis zu schnellem Galopp. Zauberer dürfen jedoch auf dem Teppich keine Teleporter oder Flugzauber aufsagen, oder sie werden in das Muster des Teppichs aufgesaugt. Großartig. Der Zauberer schüttelt seine Robe aus, winkt ihn noch einmal zu und verschwindet in einem blauen Lichtblitz. Sie können den Teppich aufrollen und mitnehmen oder liegen lassen, ganz nach Belieben. Lesen Sie weiter bei 14b. Völlig grotesk, geil. Ja, also auch da werde ich den Quarz sagen, kann er haben. Ich weiß, wir haben was anderes ausgemacht, aber ich brauche keinen liegenden Teppich. Ja, Quarz ist eh da, glaube ich, nur runtergegangen, um dir deine magischen Gegenstände abspenstig zu machen. 14b. Wenn Sie durch die Westtür gegangen sind, lesen Sie bei 5d weiter. Wenn Sie durch die Süd-Tür gegangen sind, lesen Sie bei 9a weiter. Dann 9a. 9a. Sie stehen am oberen Ende einer Treppe in einem von Norden nach Süden verlaufenden Tunnel. Neben ihnen befindet sich eine nach Norden führende Tür. Am anderen Ende der Treppe verläuft ein West-Ost-Tunnel. Um die Tür zu durchschreiten, sollten Sie bei 17b weiterlesen. Wenn Sie die Treppe hinabsteigen, lesen Sie 2e. Dann 2e. 2e. Sie befinden sich mitten in einem langen von Ost nach West verlaufenden dunklen Tunnel. Den kennen wir schon. War das nicht der oben, wo du durchgekommen bist? Ja. Irgendwie hat er uns jetzt gerade hochteleportiert. Ja, er hat uns hochteleportiert. Achten Sie auf wandelnde Monster. Drei. Kein wandelndes Monster. Also, Ost und West. Wenn Sie durch die... Nein, halt, ne. Ne, es ist tatsächlich... Nein. Es ist... Es ist ein Neuer, ne? Es ist ein Neuer. Im Norden befindet sich eine aufwärtsführende Treppe. Am Ost- und Westende des Tunnels befindet sich jeweils eine Tür. Wenn Sie die Treppe hinaufsteigen, geht es bei 9a weiter. Wenn Sie die Tür im Westen passieren, geht es weiter bei 14f. Die Tür im Osten ist 21f. 21f und 9f, ne? 9f ist, wenn du wieder hochgehst und Westen ist 14f. Westen ist 14f. Wenn ich wieder hochgehe, müsste 9a sein. Mhm, genau. Also 14f, dann 14f. 14f ist Westen. Okay. Ja. 14f. 14f. Sie befinden sich in einem von Fackeln beleuchteten Raum. In der Nordwand des Raumes sehen Sie eine weiße Tür. In der Südwand eine grüne Tür. In der Ostwand eine rote Tür. Um diese Türöffnung herum ist die Wand als ein groteskes, in Stein gehauenes Gesicht dargestellt, wobei die Türen wie Bestandteile gigantischer Mäule aussehen. In der Mitte dieses Raumes erhebt sich ein etwa ein Meter hoher Goldberg. Auf der Spitze des Berges sitzt ein verrückter Knob und betätschelt seinen goldenen Hort. Unter der Voraussetzung, dass sie ihm all ihr Gold abtreten, lässt der Knob sie frei passieren. Allerdings macht er nun wirklich einen gefährlichen Eindruck. Es ist also ganz ihnen überlassen, macht er keinen gefährlichen Eindruck. Es ist ihnen überlassen, ob sie ihr Gold behalten oder ihn ganz oder teilweise übergeben. Außerdem ist der Knob bereit, einen Handel mit ihnen einzugehen, falls sie Nahrungsmittel bei sich haben sollten. Der Knob ist bereit, einen farbigen Beutel, Rot, Weiß oder Grün, gegen all ihre Lebensmittel zu tauschen. Wenn sie den roten Beutel erstehen, geht es weiter bei 2c. Wenn sie einen grünen Beutel erstehen, geht es weiter bei 9c. Wenn sie einen weißen Beutel bevorzugen, geht es weiter bei 6e. Da ich keine Nahrungsmittel und kein Gold habe, denke ich, ist das hier alles irrelevant. Dann gehe ich zurück zu 2e. Wenn sie den Knob bekompfen wollen, geht es da weiter. Der Quarz ist übrigens von dem Knob völlig eingeschüchtert und will so schnell wie möglich hier weg. Wenn sie ihm seinen Willen lassen und durch eine der Türen verschwinden, lesen sie 21b. Dann 21b. 21b. Wenn sie durch die Nordtür gehen, geht es weiter bei 16f. Wenn sie durch die Südtür gehen, geht es weiter bei 1d. Wenn sie durch die Osttür gehen, geht es weiter bei 8a. Also Norden 16f, Süden 1d, Osten 8a. Nach Osten müsste es eigentlich nach 2e gehen. Da gibt es wahrscheinlich wieder so eine Schnittstelle einfach. Naja. 1d. 1d, nach Süden. Nach Süden. Sie haben das grüne Zaubertatal durchschritten. Sollten sie Goldstücke bei sich tragen, lesen sie bei 10k weiter. Befinden sich kein Gold in ihrem Besitz, gibt es weiter bei 17f. Dann 17f. Ich habe kein Gold. Alle ungefassten Edelsteine in ihrem Besitz sind verschwunden. Ich habe auch keine ungefassten Edelsteine. Also 7f. Du bist ja arm wie eine Kirchenmaus. Du besitzt nur magische Gegenstände. Genau. Sie stehen in einem dunklen, L-förmigen Gang. Achten Sie auf wandelnde Monster. Von hier führen Türen nach Norden und nach Osten. Es kommt ein Monster. Ich habe eine 6 gewürfelt. Oder nee, hier ist es jetzt bei 1. Alles gut. Nee, dann nicht. Dann? Wenn Sie den nach... Also nach Norden geht es weiter bei 14f. Nach Osten geht es weiter bei 3d. Ja. 3d. 3d. Sie befinden sich in einer kleinen, nur schwach beleuchteten Höhle. Im Osten, Westen und Süden führen Türen hinaus. Über den ganzen Boden verstreut wachsen Pilze verschiedener Größe. Diese Pilze leuchten in einem grünen Licht. Quarz schnuppert an den Pilzen und teilt ihnen mit, dass die Kleinen mit Sicherheit essbar sind, während er sich bei den größeren, grün gepunkteten keineswegs sicher ist. Wenn Sie auf demselben Weg, auf dem Sie gekommen sind, die Höhle verlassen oder zu einer der anderen Türen weitergehen, lesen Sie 5h. Sie können aber auch ein paar Pilze pflücken. Schreiben Sie bitte auf, wie viele und von welcher Sorte. Wenn Sie ein paar kleine Pilze gepflückt haben, lesen Sie 22f. Wenn Sie ein paar große Pilze gepflückt haben, lesen Sie 12d. Wenn Sie von beiden Sorten welche gepflückt haben, geht es weiter bei 20k. Na? Ich nehme von den Kleinen welche mit, weil ich weiß ja, dass der Gnom irgendwas Essbares tauschen will. Also nimmst du dir welche von den Kleinen? So, okay. Also 22f. Die kleinen Pilze sind sehr gut. Auf jedem Markt bekommen Sie für 200 Pilze ein Goldstück. In einem normalen Rucksack passen 400 Pilze. Lesen Sie jetzt weiter bei 3d. Okay, dann gehen wir weiter jetzt zur 5h. Oder willst du doch noch welche von den Großen mitnehmen? Nee. Ein Schicksalswurf erster Stufe Glück liegt an. Ja, ich habe eine 9 gewürfelt. Ich komme auf 34. Das reicht ja easy. Also 18a. Sie haben einen der großen grünfleckigen Pilze gestreift und seine Sporen haben... Okay, war, hatte ich das echt geschafft? Ich habe doch mal einen Glückswurf geschafft. Sollte der Wurf gelingen? 18a. Oh, dann will ich gar nicht wissen, was bei einem Fehlwurf passiert. Großen grünfleckigen Pilze gestreift und seine Sporen haben sich auf ihrem ganzen Körper vom Hals abwärts niedergelassen. Quarz hat keine Sporen abbekommen, aber er bleibt stehen und starrt sie mit einem schockierten Gesichtsausdruck an. Sie blicken an sich herunter. Sie sehen nichts als die Waffe, die sie tragen. Keine Hand, keinen Arm, keinen Körper. Allerdings siehst du einen Extra-Würfel, den dir Kofan geschenkt hat. Was? An mir runterguckt? Ja. Yeah. Super. Vielen Dank. Du siehst nur einen Würfel, Ted. Meine Waffe. 9h. Sie können die Pilzhöhle nun verlassen. Wenn Sie nach Osten unterwegs waren, lesen Sie 16b. Wer Weg nach Westen führt, lesen Sie 7f. Wenn Sie Richtung Süden gehen, geht es weiter bei der 11a. Ich würde jetzt quasi, ihr könnt jetzt zurück zum Gnom gehen und ihm die Pilze verkaufen. Das wäre Westen. 17f, ne? 7f. 7f? 7f. Gut, dann nach Westen. So, sie stehen wieder in dem L-förmigen Gang und dann willst du nach Norden. Das ist dann die 14f. Genau, jetzt bist du wieder bei dem Gnom. Ja. Dann habe ich jetzt was Essbares für ihn. Ja, was willst du ihm denn? Also möchtest du welchen farbigen Beutel? Rot, weiß oder grün? Grün. Grün? Grün? Grün. Dann ist es die 9. Grünbeutel. 9c. Oh. In dem grünen Beutel befinden sich 20 Sparakte im Wert von jeweils 400 Goldstücken. 20 mal 400 Gold. Okay. 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 Ich würde sagen, wir gehen. So, wo möchtest du denn jetzt dann hingehen? Also ich empfehle nicht nach Süden zu gehen. Dann gehe ich dem Sparakte nämlich direkt weg. Ja. Äh, ja, dann. Gehen wir wieder zurück durch die Pilzhöhle weiter. Nein, 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 nein. Wenn du durch die Pilzhöhle willst, musst du wieder durch diese grüne Tür. Und da verschwinden alle Diamanten. Achso, nee, da wollten wir ja nicht lang. Nee, dann muss ich durch die, also die rote Tür führt mich zurück, wo ich herkam. Dann bleibt nur die weiße, ne? Dann bleibt nur die weiße, ja. Ja, also 16 F müsste das dann sein. Die 21 B erst mal. Und die im Norden ist die 16 F. Ja. 16 F. Sie haben das weiße Zauberportal durchschritten. Sollten Sie Goldstücke bei sich haben, lesen Sie 10 K. Befinden sich kein Gold in Ihrem Besitz, lesen Sie 3 H. 3 H. Alle Juwelen, mit Ausnahme von Perlen, die sie bei sich tragen, sind verschwunden. Doch, keine Juwelen. Doch. Smaragde sind... Es sind Edelsteine, es sind keine Juwelen. Juwelen sind immer gefasste Steine. Okay. Touché. Ja, ist in Ordnung. Lass dich so gelten. Was soll's? Du bist eh... Du hast, du hast, wer magst Gegenstände und Dinge. Du bist eine Fee, die mit einem, mit dem Schwert des Todes, du bist, du bist mit so einem Elrig-Schwert da unterwegs. Das Todesschwert, ja. Todeswirbel, Todeswirbel. Todeswirbelschwert. Lesen Sie bei 15 D weiter. 15 D. Sie stehen in einem kurzen und düsteren Nord-Süd-Tunnel. Sein nördliches Ende wird von einer eisenbeschlagenen Tür eingenommen, während Sie sich an einem, äh, äh, während sich an seinem südlichen Ende eine normale Holztür befindet. Achten Sie auf wandelnde Monster. Eine Sechst. Kein Monster. Wenn Sie durch die Nord-Tür wollen, lesen Sie 18G. Ja, will ich. Sie befinden sich am Fuße eines düsteren Abgrundes. Nördlich Ihres Standortes windet sich eine Treppe entgegen dem Uhrzeigersinn an den Wänden des Abgrunds empor. Im Süden sehen Sie eine eisenbeschlagene Tür. Westlich Ihrer Position befindet sich eine kleine Wandnische, in der sich ein Troll aufhält. Ah ja. Ne, Troll. Sollten Sie sich zum ersten Mal hier aufhalten, lesen Sie 22B. Außer, wenn Sie nach gegorenen Pilzen stinken. Tue ich. Im letzteren Fall lesen Sie 2A. Ich stinke nach gegorenen Pilzen. Ich bin mal so gespannt. Wahrscheinlich findet der Troll mich lecker. Der Troll schnuppert kurz, umarmt sie und herzt sie mit den Worten, Scheiße, siehst du aus, aber was für ein himmlischer Geruch. Quarz bemerkt mit einem Ausdruck des Ekels, dass sie beide zwar ein hübsches Paar abgeben, er aber trotzdem zur Eile mahnen muss. Der Troll will sich ihnen anschließen, aber Quarz macht sie darauf aufmerksam, dass sie in seinen Diensten stehen und er nicht die mindeste Lust hat, sich mit einem schafsköpfigen, liebeshungrigen Troll zu belasten. Ich bin immer noch unsichtbar, darunter nackt und tätowiert. Was man aber nicht sieht, ich bin unsichtbar. Wie auch immer der Troll mich umarmt, aber... Alter, alles klar. Bitten Sie den Troll daher, entweder in der Taverne zum blauen Frosch oder hier auf Ihre Rückkehr zu warten. Da werden Sie zum blauen Frosch. Und bemühen Sie sich, so diplomatisch wie möglich vorzugehen. Es ist kaum auszudenken, wozu ein Troll mit Liebeskummer fähig wäre. Nach einem herzergreifenden Abschied wenden Sie sich wieder Ihrer eigentlichen Aufgabe zu. Sie können entweder die Treppe nach 20C hinaufsteigen oder die Tür in südlicher Richtung nach 12D öffnen. Dann öffnen wir die Tür in südliche Richtung nach 12D. Ja, dann kommen wir am Ende wieder bei dem Gnom raus. Willst du da wieder hin? Nee, eigentlich nicht, aber dann müssen wir uns überlegen, runter oder hoch? Du kannst ja nur noch hochgehen. Achso, ich kann nur hoch. Ja, dann hoch. Also die Treppe nach 20C hinaufsteigen. Also hinaufsteigen, 20C. Sie befinden sich auf einer Treppe, die sich außen um einen dunklen Abgrund herumwindet. In der Ostwand befindet sich eine Tür. Da warst du schon mal, ne? Ja, 5D. Dann gehen wir weiter hoch. Die Treppe weiter hinauf, kommst du zur 16L. Okay, dann 16L. Dann 16L. 16L. Sie klettern die Stufen hinunter, bis sie plötzlich ausrunschen und für Sekundenbruchteile halb über den Abgrund hängen. Okay, das kennen wir schon, da passiert dir nichts. Genau, und dann müsste ich bei 3B sein. Hinauf ist 3B, genau. Dopp, 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 dopp. Sie befinden sich am oberen Ende einer Treppe, die sich im Uhrzeigersinn an der Außenwand eines dunklen Abgrundes entlangwindet. Im Norden ihrer Position befindet sich eine Tür. Wenn sie ihr Glück an der Tür versuchen wollen, lesen sie 6K. Ja, ich habe keine große Wahl. 6K waren wir schon. Von da kommen wir zum 12L. Dann sind wir wieder in der Magierstube. Ja. 4C. Die Rückseite einer Zauberwerkstatt. Falls Sie den Raum in Richtung, ähm, auf die Tür in der Nordwand durchqueren wollen, lesen Sie bitte 8C. Sollten Sie das Bedürfnis haben, in das Innere des grünen, mit runen bedeckten Kästchens, in dem bla 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 bla? Nein, 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 wir gehen weiter durch den Raum durch und kommen dann zur 19B. Bis zur 19B. Sie stehen am Westende eines dunklen Ostwestzollens. In der südlichen Wand befindet sich eine Tür. Wenn Sie versuchen, die Tür zu öffnen, 4C. Wenn Sie lieber nach Osten, 17C. Also 17C. 17C. Sie befinden sich in der Mitte eines langen, dunklen Ganges. Da bist du jetzt gerade wieder unterhalb der Schlange. 6F. Ja, genau. Und dann geht das, wenn nach Osten ist die 6F, nach Westen ist es die 19B. Ja, wir gehen zur 6F. Zur 6F. Sie stehen am Ostende eines dunklen Ostwestgangs. In der Nordwand befindet sich der Einstieg an der steilen Treppe nach oben. Wenn Sie die Treppe hinaufklettern wollen, lesen Sie 15A. Wenn Sie nach Westen weitergehen wollen, lesen Sie 17C. Ja, also wir müssen jetzt wieder hoch. Da bin ich aber gespannt. Also ich befürchte, du musst eigentlich nach unten, mein Freund. Okay. Ja, aber es gab keine Möglichkeit nach unten. Ja doch, du musst dann durch die Pilze wieder durch. Ich will nicht durch die Pilze durch. Du willst ja eine Sparagde nicht verlieren, ne? Ja. Ja komm, Treppe hoch. Treppe hoch. Wo war ich? 6F. 6F. Also die Treppe hinauf ist 15A. Ich jag dich durch dieses ganze Dungeon. Sie beginnen den Aufstieg frohen Mutes, aber die Treppe scheint kein Ende nehmen zu wollen. Sie haben nicht den Eindruck, überhaupt voranzukommen. Quarz bedeutet, ihn anzuhalten und sich schauend nach unten. Sie sind nicht über das erste Drittel der Treppe hinausgekommen. Quarz beginnt sich Sorgen zu machen. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Treppe. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn, dreht sich um und geht weiter nach unten. Sie folgen ihm und nach ein paar Sekunden haben sie das Ende der Stufen erreicht. Quarz befiehlt ihnen, hier zu bleiben und aufzupassen, was geschieht. Er stürmt mit einem Anlauf die Treppe hinauf. Sobald er das erste Drittel hinter sich hat, beginnen die Stufen unter seinen Füßen weg zu fließen und er läuft auf der Stelle. Sie rufen ihn zu, er solle aufhören und er dreht sich benommen um und kehrt zurück. Wie sie inzwischen wo bemerkt haben, handelt es sich um eine verwunschene Treppe, die nur in eine Richtung abwärts begehbar ist. Lesen Sie bei 6f weiter. Hast du noch irgendwo auf deinen Karten einen anderen Weg? Oder müssen wir jetzt runter wieder zu dem Gnom auf seinem Goldhaufen? Also wir können noch zu 21f. Okay, das ist ein weiterer Gang, den du noch nicht genommen hast da irgendwo. Genau. Okay, dann wechseln wir jetzt einfach mal direkt zu 21f, bevor wir den ganzen Weg nachlaufen müssen. Sie haben einen fackelbeleuchteten Raum betreten, aus dem in Westen und Süden Türen hinausführen. Ein Hopgoblin sitzt mitten im Raum auf dem Boden und spielt mit seinen Zehen, während er ein Bierfässchen aussäuft. Der Hopgoblin springt auf und stürzt mit einer Streitachse in der Hand auf sie zu. Quarz entdeckt eine Öffnung in seiner Deckung und macht einen Ausfall auf das Fässchen zu. Würfeln Sie einmal. Eins. Eins. Bei einer Eins lesen Sie 5f. 5f. Das Fässchen ist leer und Quarz gerät derob fürchterlich in Rage, dass sie nicht in der Lage waren, alles Bier auszutrinken, ist offenkundig. Deswegen stürzt er sich auf die offensichtlichsten Übeltäter, spricht die anderen Insassen des Raums. Aufgrund seiner Stimmungslage erhält Quarz 10 zusätzliche Kampfzuschläge für dieses Gefecht. Der ist so sauer darüber, dass das Fassle ist. Das kann ich völlig nachvollziehen. Der Hopgoblin hat 8 Würfel und 30 Kampfzuschläge. Ja, der arme Kerl, da hatte er quasi keine Chance. Ja, nee, ich glaube auch. Ihr kommt auf, möchtest du die Waffe des Todes wieder starten? Natürlich. Wir haben dann 12 Würfel plus, wie viel Bonus hat er jetzt? 38. Plus 78. Okay, ich würfel mal, ganz kurz. Ja. Ja, tot. Ich geb mir mal eine Konstitution, ne? Wenn es nicht ganz 60, also wenn ich nicht alle Sechsen gewürfelt hätte. Okay, alles klar. Mal angenommen, es wäre Bier übrig gewesen, hätte Quarz das übrigens mit dir geteilt. Das ist nett. Also, 8e. Wenn Sie durch die Westtür gehen, lesen Sie 2e. Falls Sie dagegen durch die Südtür gehen, lesen Sie 16b. 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 Sehr geil. Sie befinden sich in einem dunklen, elfförmigen Gang. Achten Sie auf wandelnde Monster. 5, keins. Keins. Also, hier führen Türen nach Norden und nach Westen. Nordtür führt zu 21f, da kommen wir her. Westtür zur 3d. 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 Sie befinden sich in einer kleinen, nur schwach beleuchteten Höhle. Im Osten, Westen und Süden führen Türen. Ich weiß, wo ich bin. Ja. Pilze. Willst du doch mal welche von den Großen nehmen? Ich bin doch schon unsichtbar. Ja, das stimmt. The Cat fragt, wo deine Waffen sind. Die schweben, also die sind ja sichtbar. Das haben sie ja gesagt. Schweben, also die Dolche schweben auf Gürtelhöhe, also schleifen quasi am Boden bei 20 cm und das Schwert schwebt neben mir her. Das halte ich in der Hand. Solange bis du es anwirfst. Genau. Das Kettenschwert des Todes, ja. 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 Da haben wir eigentlich alles jetzt. Die 20c ging weiter runter, ne? Zu 18g. Was? Genau. Ich gehe wieder denselben Weg, den wir eben genommen haben, zurück zur 20c. 20c. Okay. Sie befinden sich auf einer Treppe, die sich außen um einen dunklen Abgrund herumwindet. Ja, ja, ja. In der Ostwand befindet sich eine Tür. Na, die geht zu 5c. Falls Sie in der Teufel hinunterschreiten, geht es bei 18g weiter. Genau. Dann gehe ich weiter runter zu 18g. Sie befinden sich am Fuße eines düsteren Abgrundes. Nördlich Ihres Standortes windet sich die Treppe entgegen dem Uhrzeigersinn an der Wand der Treppe empor. Im Süden sehen Sie eine eisenbeschlagene Tür. Westliche Revolution befindet sich eine Wandnische, in der sich ein Troll aufhält. Ja, ich gehe jetzt da durch die Südtür. Der Troll ist ja nicht mehr da, der wartet ja inzwischen in der blauen Kröte auf mich. Genau, der wartet auf dich, weil du riechst so gut. Genau. Da die Südtür. Falls dieser Abenteuer bereits einmal hier war, ignorieren Sie die Beine Sätze und lesen Sie 7d. 7d. Okay. Verlassen Sie diesen Ort über die Treppe, lesen Sie 20c oder durch die Tür in der Südwand. 15d. Dann 15d. Sie stehen an einem kurzen und düsteren Nord-Süd-Tunnel. Sein nördliches Ende wird von einer eisenbeschlagenen Tür eingenommen. Wenn Sie durch die Nord-Tür wollen, lesen Sie 18g. Falls Sie durch die Südtür wollen, lesen Sie 14f. 14f. Bei 14f sind wir wieder bei dem Gnom. Das ist ja noch so. Genau. Ja, dann haben wir jetzt aber alles einmal durch. Ist der Gnom bereit, einen Handel mit Ihnen einzugehen? Du kannst doch mit dem Gnom noch kämpfen. Kämpfe ich immer mit dem Gnom. Du kämpfst jetzt mit dem Gnom. In deiner Verzweiflung ist reich, du kämpfst mit dem Gnom. 18h. Der Gnom taucht in den Goldberg hinunter und verschwindet. An seiner Stelle erhebt sich ein magischer Goldkrieger, der mit 6 Würfeln und plus 50 Zuschlägen kämpft. Mhm. Ja, wir haben 12 Würfel plus 68. Das sollte zu machen sein. Okay, alles klar. Also, 6 Würfel plus 50 mache ich. Du stürzt dich auf den Goldkrieger. In deiner Gier, so wie ich das von deiner Fee erkenne, weil du ja nie genug kriegst. Ich will nur hier raus. Ich komme auf 80. Du bist ja inzwischen fast unkaputtlich. Ja. So, wir haben 10, 20, 30, 40, 51, 52, plus 68, 120. Krieg ich noch einen Kotzi? Ja, du kriegst noch einen Punkt, Punkt, Konsti. Der erschlagene Krieger verschwindet in einer Wolke aus Goldstaub. Der Kampf hat Ihnen 10 Erfahrungspunkte eingebracht. Alles völlig egal, nachdem du Gina kennengelernt hast. Sie können sich an dem Goldstaub bedienen, lesen Sie 20a. Oder den Raum wieder verlassen. Wenn Sie durch die Nordtür gehen, lesen Sie 16f. Wenn Sie durch die Südtür gehen, lesen Sie 1d. Wenn Sie durch die Osttür gehen, lesen Sie 8a. Die waren da überall schon. Gut, 8a. Osten. Sie haben das rote Zauberportal durchschritten. Sollten Sie Goldstücke bei sich tragen, lesen Sie 10k. Befindet sich kein Gold in Ihrem Besitz? Äh. Nee, halt da. Findet sich kein Gold in Ihrem Besitz? Geht es weiter bei 13a. Kann natürlich sein, dass das Portal mich jetzt irgendwo hin beamt. Alle nicht eingefassten Edelsteine in Ihrem Besitz, mit Ausnahme von Rubinen, sind verschwunden. Na gut. Lesen Sie 2e. Es ist nicht geplant, dass man das rausdringt. Das glaube ich auch. Sie befinden sich in einem langen, von Ost nach West verlaufenden dunklen Tunnel. Im Norden befindet sich eine aufwärtsführende Treppe, im Ost- und Westende des Tunnels jeweils eine Tür. Wenn Sie die Treppe hinaufsteigen, geht es weiter bei 9a. Wenn Sie die Tür im Westen passieren, ist 14f. Wenn Sie die Tür im Osten mehr interessiert, 21f. Waren wir überall schon. Völlig egal. Wir waren jetzt überall. Du hast alles. Ich habe alles. Du hast nur noch nicht das Froschmedaillon, richtig? Ja, aber wir waren überall. Tja, vielleicht ist es doch in dem Raum von Gina und ihren... In dem Kasten von Gina. Gut, dann gehen wir in den Kasten von Gina. 4C. Dann gucken wir uns den Kasten von Gina an. Die Zaubererhöhle. Genau. Wenn Sie durch die Türen der Nordwand verschwinden wollen, wenn Sie eines der Kästchen auf dem Regal zu Ihrer Rechten untersuchen wollen, lesen Sie 14c. Dann machen wir das. Dann machen wir das jetzt mal. Mal gucken, was passiert. Ich bin da sehr gespannt. Also bevor du in den Kasten gehst, kriegst du nämlich von Zirkinio. Der schenkt dir noch eine extra Würfel an. Yay, super. Yay, Baby. So. Was gehen Sie denn die Angelegenheiten eines Zauberers der 21. Stufe an? Entweder sind Sie geradezu krankhaft neugierig oder sind ein Selbstmörder. Sie werden von einem Schutzzauber getroffen. Ziehen Sie sich einen Punkt von Ihrem Intelligenzwert ab? Das ist aktive Spieler der Willkür. Jetzt wirst du dazu genötigt, Dinge zu tun und dann kommt sowas dabei raus. Nuff, nunne. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir hatten, glaube ich, in der allerersten Ebene hast du irgendeine Tür nicht... Ja, aber wir kommen nicht mehr hoch. Ja doch, du kommst ja in der Mitte da hoch. Der Weg, den ich gegangen bin, hätte eigentlich da hinführen müssen. Ja, aber wir sind da nie hochgegangen. Es gibt ja so den Weg dazwischen, wo du oben durch die Falltür gekommen bist. Da kannst du auch wieder hochgehen. Wir sind diesen Schacht runter, das war die 3B. Ja, du kannst durch die 4C und du kannst ja dann wieder durch die... Das ist die Nordwand, da kommst du... Die 6F, dann komme ich auf diese Treppe und die hat mich nur runtergelassen. Ja, genau, aber du kannst ja auch... Du kannst dazwischen, kannst du tatsächlich hoch. Wo? Einstieg der Treppe, wenn sie nach Westen, ist die 17C, Sekunde. Doch, doch, du kannst da hoch. So, 6 Meter über den Boden. Und wenn sie über eine Möglichkeit verfügen, die Falltür zu erreichen, geht es weiter bei 13C. Ach so, ja, dann gehen wir da die 13C hoch. Dann gehen wir die 13C hoch. So, und dann bist du wieder an der Stelle, wo die Schlange war. Genau, von da ging es nicht weiter, weil das waren nur die Schlange, ne? Genau. Das heißt, wir gehen zurück zur 6B, dann zur 21E und dann zur 9B. Dann zur 9B. Sie befinden sich am kurzen, dunklen Ost-West-Gang. Am Ostende des Ganges durchbricht eine Tür die Nordwand. Dieser Tür gegenüber führt eine steile Treppe weiter nach unten. Wenn sie nach Westen gehen wollen, lesen sie 21E. Wenn sie die Tür benutzen wollen, 16E. Sollten sie vorhaben, die Treppe hinabzusteigen, lesen sie 6F. Ja, dann geben wir doch die Treppe. Sagen wir nochmal die Nummer von der Tür für alle Fälle. Westenweiter ist die 21E. Tür ist die 16E. Und die Treppe ist die 6F. Wahrscheinlich ist die 16E, das ist einfach der Nebenraum vom Weinkeller. Aber wir gehen trotzdem mal zur 6F. Zur 6F. Die Treppe hinab. 6F. Sie stehen am Ostende eines dunklen Ost-West-Tunnels. In der Nordwand befindet sich der Einstieg einer steilen Treppe nach oben. Wenn sie die Treppe hinauf gehen, lesen sie 15A. Wenn sie nach Westen weiter gehen, lesen sie 17C. 17C? Da sind wir. Äh, nee. Ich gehe wieder hoch und zur 16E. Zur 16E. Sie haben einen fackelbeleuchtenden Raum mit einer Tür in der südlichen Wand betreten. In diesem Raum sitzen 6 kleine Goblins beisammen und verzehren ihr Mittagessen. Die Goblins sehen sie, lassen ihr Essen fallen, greifen sich ihre Schwerter und stürzen sich auf sie. Jeder von ihnen hat 2 Würfel plus 3 Zuschläge. Ich weigere mich, das überhaupt nur dran zu denken, das auszuwürfeln. Was passiert, wenn du diese Konsti in dir aufsaugst? 17C? Nein, die flüchten. Ich benutze diesen Würfel, die flüchten. Na gut. Sollten sie den Löffel abgeben? Nein. Ansonsten geht es weiter bei der 20B. In der Nordwand dieses Raumes hängen drei Schilde. Der Schild ganz rechts trägt eine Zielscheibe als Bemalung. Der mittlere Schild ist mit einem Dämonenhaupt verziert und der linke Schild besteht aus spiegelplank geputztem Silber. Sie können eine oder alle Schilde herabnehmen und ausprobieren. Quarz interessiert sich nicht für die Schilde und beschäftigt sich mit den toten Goblins. Wenn sie den Silberschild aufnehmen, lesen sie 1B. Wenn sie den Lämonenschild nehmen, 12F, sollten sie den Zielscheibenschild ausprobieren, lesen sie 7G. Also, ich gehe davon aus, dass das alles menschengroße Schilde sind und ich mit denen überhaupt nichts anfangen kann. Aber ich gucke mal in dem spiegelnden Schild, wie toll ich nicht aussehe. Oh, ja, du riechst aber gut. 1B. Ja, das wird der Schild ja nicht reflektieren. Der Silberschild leuchtet auf und kann als Fackel benutzt werden, solange sie ihn tragen. Er absorbiert 5 Treffer pro Kampfrunde und erhöht ihre Kampfzuschläge um 1, da er ihre Gegner blendet. Aber du kannst ihn ja nicht mit dem Schwert zusammen benutzen. Ja. Ja, das ist schlecht für dich. Ich bin ja dafür, dass du das Zielscheibenschild nimmst, weil das klingt für mich ganz schlecht. Es ist irgendwie so, warum sollte man ein Schild haben in einer Zielscheibe? Aber gut. Ich glaube auch, das lassen wir vielleicht. Sonst wird was in den Raum. Nein, wenn Sie mehr Wert darauf legen, schnell hier wegzukommen, lesen Sie 9B. 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 Sie befinden sich in einem kurzen, dunklen Ost-West-Gang. Achten Sie auf wandelnde Monster. Würfel mal. 6. Alles gut. Am Ostende des Tunnels durchbricht eine Tür die Nordwand. Diese Tür gegenüber führt eine steile Treppe weiter nach unten. Wenn Sie nach Westen gehen wollen, 21E, falls Sie die Tür benutzen wollen, 16E, sollten Sie vorhaben, die Treppe... 21E. 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 Sie befinden sich in einem dunklen Raum mit je einer Tür Norden, Osten und Süden. Ja, das ist der Anfangsraum. Genau. Wir waren überall. Wir waren überall. Wir haben alles gesehen. Wir haben alles gesehen. Ich gehe jetzt eintrinken. So, das war's. Das heißt, durch welche Tür willst du jetzt wieder raus? Wo geht's zurück? 12G. 12G, die Nordtür. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt, wenn wir jetzt da doch einfach wieder rausgehen. 21E, äh, Südenführende Tür ist 21E, zurück nach Nord 8B. Falls Ihre Aufgabe beendet ist, was bedeuten würde, dass Sie das Amulett des Blauen Frosches bei sich haben, öffnen Sie die Tür und lesen Sie 16G. Falls Ihre Aufgabe noch nicht beendet ist, was zum Koko wollen Sie dann in dieser Tür? Ziehen Sie einen Punkt von Ihrem IQ-Wert ab. Außerdem haben Sie mir diese Zeitverschwendung Quarz verärgert. Lesen Sie noch einmal 12G. Ja, sehr schön. Alles klar. Das heißt, du bist der Meinung, es gibt gar keine weiteren Wege mehr? Also, ich wüsste jetzt keinen mehr. Nach meinem gezeichneten Plan. Was haben wir daraus gelernt? Diese Mörderfee wird leider Gottes dieses Dungeon nie wieder verlassen können. Und das liegt nicht daran, dass ich an zwei Stellen einfach weiterführende Dinge unterschlagen habe. Also, ja. Damit sind wir aber trotz all dem auf jeden Fall am Ende des heutigen Abends angekommen. Das ist sicher. Denn wir wollen euch natürlich nicht den Spaß nehmen, euch selbstständig von Gina nochmal tätowieren zu lassen, indem ihr einfach das Amulett an was spielt. Aber glücklicherweise wisst ihr jetzt, in welchen Raum ihr gehen müsst, dass ihr unsichtbar werdet und dann sieht das niemand mehr. Genau, und dann sieht das keiner mehr. Mit dem unsichtbaren Kettenhemd und dem ganzen anderen Scheiß. Und ich kann euch nur eins raten. Wenn ihr das Abenteuer spielt, spielt keine Fee. Das ist ganz sicher. Weil dann gehen euch nämlich ganz viele Tonnen an magischen Gegenständen durch die Lappen. Weil ihr sie nicht tragen könnt. Aber jetzt nur mal so im Vergleich zum Letzten, was das Ganze angeht. Das ist ja tatsächlich eigentlich in dem Sinne ein richtig schönes, klassisches Solitär-Ding. Also mit all den Absurditäten und Krimskrams, Dingen, die in der Zeit eben tatsächlich in einem Solo-Abenteuer drin waren. Das hat sowas von diesen ganzen Fighting-Fantasy-Books, finde ich. Ja, genau. Daran hat es mich auch mehrfach erinnert. Ja, also gerade aufgrund der zum Teil völlig wahllos irren Sachen, die da drin sind und so weiter. Hier sind übrigens auch, ich habe ein Bild gefunden von dem, ähm, von dem, ähm, von dem Quarz. Ha! Das muss irgendwie ein Steintroll sein oder sowas, ne? Der ist so groß, also mehr so Hobbit-Größe. Ist aber trotzdem in der Lage, dieses zwei Meter große Schwert da zu führen. Alles klar. Na ja gut, ich war noch kleiner, also deutlich kleiner. Ist das Gina? Ich will es gar nicht genau wissen, ich habe den Abschnitt dazu nicht durchgelesen. Ich bin über das Bild gestolpert. Also, aber die, 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 die Sache, was, dieses mit dem, so von wegen, okay, du erhältst 1500 Erfahrungspunkte. Da dachte ich auch nur so, yo, ist klar. Alles klar. Oh mein Gott, wie super ist das denn? Aber ich bin echt gespannt. Also die, ähm, ich meine, es muss ja irgendwo tatsächlich dann die Stelle geben, äh, wo man dann entsprechend noch, ähm, noch weiterkommt. Wie gesagt, äh, ich bin, äh, sie muss es ja geben, es hilft ja nichts, also, von daher. Also ich habe wieder vier Blätter vollgeschrieben, weil ich dann irgendwann, ja, nach unten und, was soll ich tun, ne? Vielleicht hätten wir dich an irgendeiner Stelle einfach doch mal abstürzen lassen sollen. Vielleicht kann man das als Fee nicht schaffen, weil man nicht abstürzt. Das kann sein, dass man, äh, tatsächlich in diesen Schacht fallen muss, aber der andere Seite schlägst du dann unten bei dem Troll auf, weil das war ja das untere Ende des Schachtes. Aber dann freut sich immerhin der Troll, also, wer weiß. Zumindest, wenn man nach vergammelten Pilzen riecht. Wenn man nach, oh, 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 ja, wobei dann danach wird er sehr, sehr traurig, der arme Troll. Also, egal wie, ich fand, das hat richtig Laune gemacht heute Abend. Ich hatte großartig viel Spaß. Das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das war ein Riesenerlebnis. Also, ähm, gute, ähm, gute Nachricht für euch, werte Schwerter- und Dämonenfans. Wir werden diese drei Würfel selbstverständlich aufheben. Ja. Und die dann einfach nächste Woche, äh, einsetzen, um einen weiteren Helden, nein, nicht nächste Woche, nächste Woche war, Pfingsten, richtig? Pfingsten Montag. Genau. Nächste Woche geht nicht, nächste Woche geht nicht. Aber, die Woche drauf, werde ich ein weiteres Opfer durch das Meer der Rätsel knüppeln. Super. Ich liebe es, es macht einen dermaßen Spaß. Also, wir sind noch lange nicht am Ende, wir haben noch ganz viel Spaß vor uns und es lohnt sich auf jeden Fall natürlich dann wieder einzuschalten. Wie gesagt, nicht nächste Woche. Da haben wir Pfingsten, aber die Woche drauf sind wir wieder mit den alten Männern am Start. und ich habe mich diesbezüglich tatsächlich ge... Nee, doch, übernächste Woche ist dann die 50. Ausgabe, oder? Nein, oder doch? Doch. Ja, 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 ja. Ja, genau. Dann haben wir nämlich, Wahnsinn, Jubiläum, 50 Ausgaben, alte Männer reden über alte Spiele. Also, da lohnt es sich auf jeden Fall wieder einzuschalten. Aber was haben wir denn bis dahin noch alles an der Mache, liebe Inge? Tatsächlich nicht wenig, denn morgen 17 Uhr, DSA, Redax Insight. Mit Nico und Alex geht unter anderem um die, Achtung, kein Scheiß, Sternenträger. Haha, Pottom! Aha, ja. Dann am Donnerstag haben wir einen Live-Flog mit dir und dem lieben Steff. Das steht noch momentan, nicht wundern, das ist etwas später aufgetaucht. Der Sendeplan wird dann noch aktualisiert. Aber praktisch vor Nadines Artstream gibt es noch eine Runde Live-Informationen, wenn man so möchte. Ja, da wird geflobt. Genau, und am Freitag, da freue ich mich persönlich, also wir drei uns wahrscheinlich persönlich sehr drauf, denn tatsächlich werden wir da unsere Traveller-Helden oder Roboter oder was auch immer zum Einsatz bringen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der Ausdruck Held da in allen Belastungen wirklich so ist. Im Moment, als ich es gesagt habe, habe ich mir gedacht, ah, das war völlig unglücklich formuliert. Ja, also wir haben doch die Baronesse, äh, Marquis, nee, was, was war? Ja, die Baronesse war sie, die in Gin eingelegte 64 Jahre alte Baronesse in ihrer... Genau. Die aber immer noch so stark ist wie der Raumpirat. Raumpirat. Ja, genau, die den Raumpiraten aber immer noch im Arm drücken schlägt. Genau, also der, das verspricht vieles. Das wird cool. Also, es lohnt sich auf jeden Fall wieder einzuschalten und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Spaß habt, sagt uns Bescheid, schreibt uns was dazu, lasst uns einen Daumen da, wir freuen uns und total freuen wir uns natürlich auch darüber, euch dann baldigst schon wiederzusehen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt am Zocken und schaltet wieder ein. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.